Willkommen bei Hooked FM, Folge 219! Wir reden hier erneut über NetherRealm Studios, über das Valve-VR-Headset Valve Index, über Epic, die Psyonix, also die Rocket League-Entwickler kaufen, über das Spiel Red Dead Redemption 2, den neuen Trailer zum Sonic-Film und über die erste Hälfte der neuen Staffel von Game of Thrones. Wir begrüßen euch bei einer weiteren Folge Hooked FM, ich bin Tom, bei mir sitzt der Robin. Hallo! Und wir haben wieder diverse News für euch und gar nicht mal so viele Spiele diese Woche gespielt, habe ich festgestellt, weil bei mir war es relativ wenig und bei dir ist es ein Spiel, mit dem glaube ich nicht so viele Leute gerechnet haben, aber da freue ich mich schon sehr drauf auf diese Diskussion und dann reden wir noch ein bisschen über Game of Thrones ganz am Ende, aber können wir gleich am Anfang sagen, nicht zu der aktuellen Folge, weil wir reden über Folge 1 bis 3 von der neuen Staffel, die aktuelle Folge lief ja quasi die letzte Nacht und die gucken wir uns heute erst noch an, nach diesem Podcast, das heißt, selbst wenn ihr da nicht up-to-date seid komplett, könnt ihr euch das anhören, aber ansonsten passiert es auch ganz am Ende des Podcasts, da könnt ihr dann ausmachen, falls ihr gar keine Game of Thrones-Spoiler habt. Genau, wir haben uns gedacht, das ist ganz schön so Midwaypoint, die ersten drei Folgen und dann für die nächsten drei Folgen machen wir dann nochmal. Genau, so, wir fangen mal an mit einem Thema, das ist mal wieder nicht so schön, aber es ist eine Fortsetzung von der letzten Woche und sie ist schon ergänzungswürdig, weil wir haben in der letzten Woche über NetherRealm Studios gesprochen, die Entwickler von Mortal Kombat 11 jetzt ganz zuletzt und da ging es vor allem um Crunch, um die Tatsache, dass dort schon seit geraumer Zeit eine Crunch-Kultur herrscht, dass das erwartet wird, mehr oder weniger, ohne, also ne, das heißt ja immer so, ja, Überstunden sind keine Pflicht, aber sie sind eigentlich doch Pflicht, weil jeder andere macht es und du singst im Ansehen, wenn du nicht mitmachst und so. Das ist so ein bisschen halt das, was man meint, wenn man Crunch-Kulture sagt. Ja, und jetzt gibt es noch diverse neue Sachen, die bei NetherRealm so passiert sind. Wir haben in unserem Mortal Kombat 11 Stream auch schon so ein bisschen drüber geredet. Es gibt zum einen Vorwürfe darüber, dass so Zeitarbeiter ausgenutzt werden, Leute, die nur temporär angestellt sind, dass die schon ermutigt werden, so Sachen zu machen wie Fatality-Vorschläge zu schicken und dass es ein konkretes Beispiel gab von jemandem, der einen Fatality mit Storyboard vorgeschlagen hat und der wohl auch den Weg ins Spiel gefunden hat und dann aber nicht fest eingestellt wurde. Das wird immer nur so als Karotte am Stock so hingehalten, angeblich. Und darüber hinaus gab es einen ziemlich ausführlichen Variety-Artikel noch, wo fünf anonyme Entwickler… Ich glaube, der erste, das hast du gerade gesagt, war US-Gamer, ne? Ja, genau, ich glaube schon. Nur dazu sagen. Ja, richtig so. Und bei Variety haben fünf anonyme, zum einen ehemalige, zum anderen aber auch aktuelle Entwickler über die Arbeit bei NetherRealm gesprochen und da gab es dann Vorwürfe zu toxischem Verhalten, unter anderem gegenüber Frauen, die so abwertende Spitzen haben bekommen. Es gab, glaube ich, nur eine der Quellen, die sie hatten, die Variety zitieren, die auch von einem positiven Klima geredet hat. Und das sind natürlich jetzt Vorwürfe, also das ist nicht bestätigt oder so, aber es gibt auch NetherRealm, die sich selbst schon zu Wort gemeldet haben, gesagt haben, so, wir bemühen uns um Diversität, um gleiche Chancen für alle und Leute haben die Möglichkeit, sich intern zu melden. Aber auch da gibt es halt die Aussagen der Quellen von Variety, die unter anderem verlautbaren lassen, dass halt diese Meldungen bei der Human Resource Abteilung, bei HR, dann immer runtergespielt wurden. Also, dass das durchaus passierte, dass man sich dort gemeldet hat mit, hey, hier gibt's Probleme und dann wurde das halt runtergespielt. Es gibt außerdem Vorwürfe über schlechtes Management, dass zum Beispiel so Sachen gemacht wurden, wie an einem unnötigen Marketing-Event teilzunehmen, was die komplette Produktion von jetzt zuletzt Mortal Kombat 11 so ein bisschen zurückgeschlagen hat, ohne dass das dem Spiel half, zumindest laut Aussage einer dieser Quellen. Und, was ich ziemlich krass fand, es gab wohl mal ein Leak bei Injustice 2, wo dann Leute, die temporär angestellt waren bei dem Spiel, in den Motion-Capture-Raum geholt wurden. Ganz kurz, ich glaube, das wiederum war Teil von dem US-Gamer-Artikel. Okay, ich hab's jetzt auch nochmal bei Variety gelesen, deswegen, vielleicht ist es tatsächlich bei beiden. Oder das sind zwei unterschiedliche Geschichten, die genau gleich anfangen, kann auch sein. Das kann ich euch jetzt nicht genau sagen. Aber jedenfalls wurden da Leute in den Motion-Capture-Raum geholt und wohl angeschrien, weil die herausfinden wollten, wer das ist, weil es einer von denen sein musste und so. Und die haben das dann versucht herauszufinden und so, nach dem Motto, ey, es muss jetzt derjenige sich melden oder alle sind am Arsch, so nach dem Motto. Und du sagst jetzt, weil es ja die sein mussten, einfach weil sie halt Temp-Workers waren. Also in dem Artikel, den ich da gelesen habe, ist der Vorfall ganz konkret, dass es eben eine weitere, ja, ein weiteres Symptom dieser Zweiklassengesellschaft. war, die es da gibt, dass es halt die festangestellten Leute gibt und die Horden an Zeitarbeitern und dass dann, wenn es ein Leak gab, halt alle Zeitarbeiter gemeinsam in diesen Raum gerufen wurden, um fertig gemacht zu werden, weil einfach davon ausgegangen wurde, dass es die gewesen sein müssen. Und der Leak kam dann am Ende von aufs Alp. War das so? Okay, das habe ich gar nicht mitgekommen. Also es ist nicht mal richtig gewesen. Stell dir mal vor, du sitzt da drin. Ja, und wirst dann so angeschrieben von jemandem. Und wirst dann wirklich fertig gemacht von jemandem, wo du ja… Etwas, wofür du nichts kannst. Genau, und dann im Kopf und Hintergrund behalten, ganz, ganz viele dieser Zeitarbeiter sind Studenten, die gerade fertig studiert haben. Also keinen Sinn mehr, aber frisch fertig Studierende, die jetzt den ersten Job da haben und versuchen dann Fuß zu fassen, weil das ja, wie gesagt, die Karotze vor der Nase gedengelt wurde. Dann kannst du vielleicht mal festangestellt werden, was dann in der Regel nicht passierte. Aber du hast natürlich überhaupt gar kein Selbstvertrauen oder keine Erfahrung gesammelt, um dann auch für dich so ein bisschen, naja, einsichtig einzusetzen. Ja, du hast ja gar, du weißt ja gar nicht, ist das normal? Ist das überall so? Du kannst dich ja nur zurückhalten in diesen ersten Monaten deines ersten Jobs in der Industrie. Genau, du kannst ja nicht einfach sagen, ey, scheiß drauf und ich gehe und gehe woanders hin. So behandelt man seine Mitarbeiter nicht. Du hast nicht zwingend diese Option zu sagen, ja, ich gehe woanders hin. Nee, das auch, genau, das kommt auch dazu. Das schon gar nicht. Ja, also das sind so ein paar der Vorwürfe, die gegen Netherrealm Studios aufgebracht werden, neben der ganzen Crunch-Sache. Ja, das ist alles sehr verdammend. Das ist ziemlich scheiße. Ja, diese wirklich übelsexistischen Kommentare, von denen dort berichtet wird und die Erfahrungswerte, die halt Frauen gemacht haben, ja, die schließen so diesen großen Kreis der Scheiße bei Netherrealm. Das ist wirklich sehr, sehr krass, wie da gerade von allen Seiten sich halt Leute trauen. Und es ist halt erneut ein guter Beweis dafür, warum diese Berichterstattung so wichtig ist. Warum so wichtig ist, dass Leute darüber reden. Weil nur wenn Leute darüber reden, merken die Leute, die davon betroffen sind, dass es da ein Interesse daran A gibt und dass es B nicht normal ist. Ja, und nur deswegen kommen sie dann ja zu Wort und werden dann gefragt und trauen sich zu reden, weil sie halt merken, ah, okay, ich bin da nicht die Ausnahme, sondern das geht wirklich allen so und das ist nicht richtig so. Und wir haben gerade die Möglichkeit dagegen, was zu tun, indem wir halt diese Vorwürfe öffentlich machen. Und es wurde jetzt auch berichtet, dass halt Warner, also die Mutterfirma von Netherrealm, jetzt ganz konkret bei denen nachforscht angeblich. Dass halt Warner auch da sagt, wir sind dahinter her. Und da wissen wir natürlich auch nicht, inwiefern diese, jetzt nicht auf die sexistische Kultur, aber auf den Crunch bezogen. Da wird ja Warner nicht unschuldig dran sein. Da wissen die auch von, als Mutterfirma, als Firma, die das publischt. Sollte mal von rausgehen. Ja, genau. Aber deswegen ist es jetzt nicht so, dass man sagt, ja, Warner, die Retter kommen dazu. Aber dass die allein schon jetzt öffentlich gesagt haben, dass sie das untersuchen und dass sie da einschreiten, auch ins Management von Netherrealm, das ist auf jeden Fall schon ein Schritt in die richtige Richtung erstmal. Ob davon auch irgendwas dann, ja, irgendwas dann kommt im Nachhinein, das ist dann natürlich nochmal eine andere Frage. Genau. Aber ja, ich finde es auch gut, dass man davon inzwischen erfährt. Ich finde es natürlich traurig, dass das alles passiert im Hintergrund, dass man, ne, weil auf der einen Seite hast du halt das Spiel, was momentan recht beliebt zu sein scheint, wo die Leute ihren Spaß dran haben. Aber dann halt sollte man zumindest im Hinterkopf behalten, unter welchen Umständen es entstanden ist. Und das ist sehr schade. Und ich merke auch, dass es bei mir tatsächlich so ein bisschen den, einen Einfluss hat auf meine Spielerfahrung mit dem Spiel, weil so ganz abschütteln kann ich es dann auch nicht. Es ist so ein bisschen doof, weil es so dieses, es erfüllt so den Stereotyp so ein bisschen, weil, ne, die machen halt super brutale Spiele und das ist eigentlich alles sehr sarkastisch, aber irgendwie dieses, dieses Stereotyp von dem, von dem Gamer, der so Gewalt mag, aber dann auch so Frauen, äh. So, weil die Studiokultur dann so. Genau, das passt so eklig gut zusammen und das finde ich so sehr schade. Es klingt alles sehr nach frühen 2000. Ja, ja, genau. Weißt du, weil wenn ich, hätte ich Netherrealm einschätzen müssen, zu dieser Zeit hätte ich gesagt, ja, genau so ein Ding. Vor allem Dudes und, äh, alles so die Bro-Culture, so ein bisschen das, was zuletzt auch Riot Games vorgerufen wurde, den League of Legends. Da gibt es auch nochmal eine neue Entwicklung, die ich vielleicht gleich mal kurz erwähnen würde. Ja, ich glaube, ich weiß was, ich habe es gerade nicht perfekt im Kopf. Und, dass das halt heute noch so ist. Ja, ja. Also 2019 ist ein bisschen. Das ist echt krass. Schade. Könntest du Riot mal kurz erwähnen? Ähm, da gab es einen, äh, Waypoint-Artikel und auch einen Podcast, wo sie darüber erzählt haben, äh, recherchiert von, äh, Patrick Klepeck. Ähm, genau, du hast es ja gerade schon erwähnt, die in der Vergangenheit, die, äh, Riot Games-Geschichten, die von, äh, Kotaku in dem Fall, äh, reported wurden, äh, dass es da eben auch eine extrem großflächige Kultur von ganz tief, ähm, verwurzeltem Sexismus gibt. Äh, ja. Äh, und, äh, und, äh, und, äh, und, äh, halt die, die Erfahrungswerte von verschiedenen Frauen dort genannt wurden. Und das war ein ganz großes Desaster. Äh, äh, und dann, da gab es mehrere Artikel zu und, äh, Riot Games hat da Besserung versprochen. Äh, äh, und, ähm, dann ist das halt so ein bisschen natürlich wieder stiller drum geworden. Äh, und jetzt letzte Woche kam dann Patrick Klepeck mit dem Artikel, oder war das Anfang dieser Woche, bin mir nicht ganz sicher, äh, wo er halt darüber berichtete, dass es, dass, äh, ein beträchtlicher Anteil der Mitarbeiter, oder von Mitarbeitern von Riot Games einen Walkout androhen, also, ne, drohen, die Arbeit zu verlassen und erst mal nicht wiederzukommen. Also quasi ein Streik. Ähm, was, was extrem Besonderes ist, weil in einer Industrie, wo es so gut wie gar keine Gewerkschaften gibt, äh, wo das immer noch sehr am Anfang ist, ist so eine Aktion eigentlich, ja, fast schon ohne, ohne Vorbeispiel. Äh, und das kommt daher, dass, ähm, äh, Riot Games quasi ihre, ihre Company Policy ändern wollten, in dem Sinne, dass die Mitarbeiter quasi nicht mehr in der Lage wären, sie zu verklagen. Ähm, das kann man zu, das kannst du in Amerika machen, weil Amerika ein verrücktes Land ist, wo nichts funktioniert. Ähm, da kannst du einfach sagen, da kannst du in den Arbeitsvertrag schreiben, du darfst uns nicht verklagen, und dann darfst du uns nicht verklagen. Und das ist gerade erst dieses oder letztes Jahr gab es eine Entscheidung vom Supreme Court, die das bestätigt, ja, dass es rechtens ist. Wenn du unterschreibst, dass du jemanden nicht verklagen darfst, dann darfst du ihn nicht verklagen. Das weiß ich so auch nicht auf den Schirm, echt. Ja, genau. Ähm, ist natürlich, also geht natürlich noch ein bisschen, weil es ist nicht so, dass die dann gar nicht haben, sondern die müssen dann, wo quasi so eine, so eine privaten Rechtsprechung machen, also es ist dann halt, es gibt dann schon eine Diskussion, du hast dann schon Möglichkeiten, dich zu wehren. Aber es wird verkompliziert. Ja, das geht halt weg von staatlicher Übersicht zu so einer privaten, äh, in so einer privaten Szenerie, wo es natürlich nicht eben diese Kontrolleinstanz der Anwaltschaft und des Gerichtes gibt, was die Unternehmen natürlich nur einfach machen, weil es für sie gut ist, weil es ihnen mehr Möglichkeiten gibt. Ähm, und ja, als das dann eben, äh, quasi sich rumgesprochen hat, hat dann tatsächlich, äh, ein Anteil, ein Teil der Belegschaft von Riot Games mit diesem, äh, Streik gedroht, mit die, äh, oder mit dem Walkout gedroht. Ähm, und darüber hat halt Patrick Klebeck berichtet. Und, ähm, also viel weiter ging es dann noch nicht. Es ging halt dann die Drohung, darüber wurde dann berichtet. Äh, und was ich halt sehr lustig fand, ist, äh, Klebeck hat dann auch über die Antwort der, ähm, von Riot Games quasi, äh, darüber berichtet. Es ging alles über deren Slack-Channel, was quasi sowas ähnliches wie Discord einfach ist, wo halt auf der ganzen Firma dann kommuniziert wird, wo dann, äh, eine der Vertretungen von, äh, HR, von Riot Games halt gesagt hat, äh, okay, äh, liebe Rioter, was ich sehr lustig finde, die werden immer alle Rioter genannt, was im Kontext davon ganz schön dumm ist, äh, 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 es wird halt darum gebeten, dass quasi, also es werden quasi Gesprächsrunden aufgemacht, damit jeder darüber reden kann, aber sie wollen bitte das in kleineren Gruppen machen, in so vierer Gruppen, damit jeder auch sein Offen sagen kann, was sein Problem ist und so weiter und so fort. Und wenn du ein bisschen darüber nachdenkst, machen sie exakt das, was sie ja nicht wollen, nämlich sie wollen das Große, das Kollektiv aufbrechen, das auch durch seine Größe eine gewisse Macht bekommt und sagen, nee, nee, wir wollen lieber mit euch einzeln reden und dadurch verliert man natürlich ganz viel seiner, seiner Macht, wenn man plötzlich in drei- oder vierer Gruppen zusammensitzt und ganz viele seiner Probleme und Sorgen können plötzlich als so einzelne, subjektive Probleme oder Sorgen abgetan werden. Und ich weiß nicht, ob das Absicht war von dieser Person oder ob das vielleicht wirklich nett gemeint war, dass man sich in kleinen Gruppen zusammensitzt, damit man auch sagen kann, was man will, aber das halt als Antwort darauf, dass man eine kollektive Maßnahme an droht, zu sagen, mach das mal nicht zusammen, kommt mal einzeln zu uns, ist auch kein so richtig gutes Zeichen. Und das wollte ich kurz erwähnen, weil das einfach wirklich fast einmalig… Das passt auch gerade. Es passt gerade. Mir fällt jetzt auch kein Präzedenzfall dafür ein. Ja, stell dir mal vor, ich komme irgendwie mal eines Tages zu dir, Robin, und sage, hier, ich habe mal so ein… Kannst du das mal unterschreiben? Das steht einfach nur, damit du mich nicht künftig verklagen… Ja. Also, wenn du sowas vor dir hast, dann denkst du doch, warum? Genau. Warum? Was habt ihr denn vor? In Deutschland, ich kann das gucken, dass es auch nicht geht, dass ich halt sagen könnte, ja, mir egal, Robin, Tom, fick dich. Aber da würde ich mir schon denken, okay, warte mal. Wait a minute. Ich wollte euch nicht verklagen, aber jetzt habe ich irgendwie… Jetzt bin ich ein bisschen stutzig geworden. Genau. Ja, ja. Mal sehen, wie sich das entwickelt, sowohl bei Riot als auch bei NetherRealm Studios. Wir hoffen ja einfach darauf, dass sich bei beiden die Situation einfach verbessert dadurch. Und natürlich auch bei allen anderen Studios, weil was ja klarer und deutlicher wird, ist, dass es eben kein lokalisiertes Problem ist, sondern ein allgemeines Problem. Und ich hoffe sehr, dass halt so jemand wie Jason Schreyer oder irgendjemand sonst, der halt da von Variety, von Waypoint, Patrick, was auch immer, das, was da auf uns wartet, vielleicht demnächst allgemeinere Recherchen sind. Die sind ja aktuell immer sehr auf einzelne Studios fokussiert. Und ich glaube, was diesem Gespräch helfen würde, ist, wenn man so einen Artikel hätte, der sich nicht auf ein Studio fokussiert, sondern wo es tatsächlich mal um mehrere Studios gleichzeitig geht. Einfach damit dadurch diese Spezialisierung, das ist hier ein Problem, so ein bisschen weggeht, damit noch mehr deutlich wird, das ist über fucking allen ein Problem. Und ich weiß natürlich nicht, wie das überhaupt möglich ist bei der Recherche, aber das wäre so der nächste Schritt, der in der Diskussion nötig ist, wie ich finde, dass man eben nicht mehr über einzelne Firmen redet, sondern dass man über die Industrie redet. Und das passiert ja auch schon, aber wir auch. Wir waren jetzt ja auch sehr viel mit einzelnen Firmen beschäftigt. Aber ich meine, wir versuchen ja auch, den Bogen zu schlagen. Auf jeden Fall. Zum großen Ganzen. Ich habe das Gefühl, dass das im Diskurs auch oft stattfindet. Ich glaube auch, ja. Ich glaube, aber ich weiß, was du meinst, dass man einfach mal aufs Gesamtsystem aufmerksam macht. Genau. Ich meine, ich glaube, das macht einen Jason Schreier automatisch, wenn du sowas hast wie Blood, Sweat & Pixels und da hast du so viele Beispiele direkt. Und das zeigt ja sehr deutlich, okay, das sind keine Einzelfälle. Das ist tatsächlich bei mehreren Leuten so. Und das bezieht sich meistens vor allem auf den Crunch. Weil dieses Sexismus-Problem innerhalb der Studios, ich weiß nicht, wie als allgemein verbreitet ich das jetzt behandeln würde. Also ich habe das jetzt schon so oft von gehört und dann hörst du ja selbst bei, oder sagen wir mal allgemein, einfach unlauteres Verhalten und gar nicht nur auf Sexismus. Ich meine, guck dir an, diese eine, diese Geschichte zu Naughty Dog, da gibt es die Personen, die gefeuert wurden. Glaubst du das bei Naughty Dog auch? Bei Naughty Dog gab es eine Person, die, einen Mann, der berichtet hat, von einem anderen, von einem Vorgesetzten sexuell belästigt worden zu sein und nachdem er das bei Human Resources gemeldet wurde, wurde gefeuert. Ja, doch, da klingelt was. Schon ein bisschen her, ne? Ja, das ist halt ein bisschen her und die Sache, es passiert halt bei so vielen Studios und es ist halt so alltäglich, dass es auch nicht möglich ist, jede Einzelne im Kopf zu behalten. Ja, vielleicht wäre in dem, in Anbetracht dessen, so eine Allgemeinbetrachtung. Genau, das war so ein bisschen nur mein Gedanke. Das sollte überhaupt gar nicht als Kritik an diese bestehenden Artikel oder Redakteure gemeint sein. Lass uns mal weitermachen. Ja, gerne. Mit was sehr anderem. Okay. Wir haben schon mal vor einer Weile das neue VR-Headset von... Der VR-Headset. Das ist aber ein guter YouTube-Channel, für den man VR-Videos macht. Für das Valve-Index. Darüber haben wir mal ein bisschen geredet und da waren aber noch keine Informationen draußen und das wurde jetzt offiziell enthüllt mit diversen Daten, die dem einen oder anderen was sagen, fehlen wahrscheinlich aber auch nicht, aber ich lese trotzdem mal vor. dieses Headset soll 120 Hertz unterstützen. Er hat auch einen experimentellen 144 Hertz-Modus. RGB-LCDs mit jeweils 1400x1600 Pixeln, ein 20 Grad größeres Sichtfeld als die Vive, hat statt In-Ear, Off-Ear-Lautsprecher. Es wird neue Sensoren geben. Das Ding ist nach wie vor scheinbar Kabel gebunden mit einem 5-Meter-Kabel. Es wird neue Controller geben mit Sensoren für einzelne Fingererfassung und sie haben witzigerweise auch auf ihrer Seite geschrieben, dass so Sachen wie präzises Werfen möglich sein soll mit diesen Controllern, was ich lustig fand. Und wir wissen den Preis, man kann es nämlich schon vorbestellen, das Komplettpaket, also das Headset, die Controller und die Sensoren für die Raumerfassung kosten zusammen 1079 Euro. Nur das Headset, 539 Euro, nur die Controller, 299 Euro, nur die Basisstation, 159 Euro und erscheinen soll das Ganze am 31. August 2019. Ich bin da ein bisschen enttäuscht von. Also es ist halt eine erneutende Verbesserung auch im Vergleich zur HTC Vive Pro. Die 1400 mal 1600 pro Sichtfeld ist schon deutlich besser als die Vive Pro. Ich habe gerade mal kurz nachgeguckt. Die Vive Pro hat 1080 mal 1200 pro Sichtfeld, also pro Auge quasi. Pro Sichtfeld? Ja, pro Sichtfeld ist doch. Pro Auge. Was halt ein guter Schritt ist, aber dann gibt es halt so andere Sachen, wie dass es immer noch kabelgebunden ist, dass es immer noch diese Base-Stations hat, die zwei. Und da sind wir bei anderen Headsets da schon weg, weil die neue Oculus benutzt zum Beispiel keine Base-Stations mehr, diese Mobile DS heißt sie, glaube ich, sondern die hat halt das komplette Tracking im Headset wieder. Es gibt für die HTC Vive Pro einen Add-on demnächst, was das kabellos macht. Also das ist erneut nicht der Schritt, sondern das ist quasi ein weiteres Generation 1 Headset, das besser ist in Teilen als andere Generation 1 Headsets, aber in anderen Aspekten wiederum wieder schlechter ist als andere Generation 1 Headsets. Und das ist nicht so ganz das, was ich mir ja von dem Valve-Headset erwartet hätte. Das ist ja ein revolutionäreres Erhaupt. Ich hätte mir, also kabellos, Valve wäre zu früh, das wäre schon sehr viel Laufung, aber zumindest die Base-Stations, dass es die immer noch gibt, finde ich seltsam, dass die Auflösung zwar wieder ein Schritt ist, aber auch wieder ein relativ kleiner und kein riesiger, finde ich ein bisschen schade. Also da scheint die Technologie einfach noch nicht da zu sein. Das muss man sich, da muss man sich, glaube ich, einfach abfinden, dass es da noch zwei, drei Jahre dauert, bis der, bis ein großer Schritt kommt. Ich kenne mich da aber technisch jetzt nicht so aus, also ob das irgendwie Auswirkungen auf die Präzision hat, dass man, wenn man diese Stations hat, die dich erfassen, das einfach vielleicht besser ist, als wenn dem nicht der Fall ist oder so, oder was passiert, wenn man es kabellos macht, ob da auch irgendwie Verzögerungen oder sonst was für Sachen dazukommen kann. Der Gedanke ist ja bei den Base Stations einfach nur, dass sie die Controller erfassen und was sie halt bei der, bei der neuen Oculus gemacht haben, ist diese Erfassungen einfach auf das Gerät, ne einfach, also auf das Gerät zu bauen, auf das Headset selbst. Da sind die Erfassungssensoren für den Controller anstelle, anstatt an der Base Station. Die sind halt sehr weit und das kostet natürlich mehr Geld, weil die sehr viel kleiner sein müssen und nichts wiegen dürfen und ein riesiges Feld umfassen müssen. Und das wird halt vermutlich, denke ich mal, ich der Grund sein, warum das eher noch nicht bei Valve dabei ist. Ja, es ist halt eine weitere Möglichkeit, aber auch der Preis ist wirklich extrem hoch für alles zusammen. Das ist sehr teuer, ja. Wie viel haben wir nochmal für die Oculus mit allem bezahlt? ich glaube, 600 oder so, 500 Headset und Base Stations. 400 vielleicht sogar nur. Ich glaube, das war relativ künstlich. Ja, und die ist halt natürlich eine ganze Ecke in ihren technischen Spezifikationen schlechter als jetzt die Index, aber halt erneut dieser revolutionäre Schritt passiert da nicht und dafür, dass es dann mehr als doppelt so viel kostet, ist halt zu krass. Mir fällt das aber sowieso schwer zu beurteilen, wie es ist. Also ich lese diese Daten und kann dann sagen, hier, guck mal, die Zahl ist höher als die andere oder da steht dann, ja, das hier ist jetzt noch präziser und hast du nicht gesehen, aber man müsste es halt ausprobieren, um so wirklich zu merken, okay, sind diese Controller, die jetzt sehr einfach aussehen wie die vom Oculus. Genau, von Oculus und von HTC. Oder von HTC, beide sehen mittlerweile gleich aus. Inwieweit merke ich den Unterschied in der Praxis? Inwieweit merke ich den Unterschied bei den Linsen, beim Sichtfeld oder der Herzzahl, falls sie da irgendwie diese Experimente machen mit 144 Hertz? Das kann ich alles nicht beurteilen. Das ist ja das Problem bei VR. Du siehst die Sachen auf Textbasis und selbst wenn du Videos davon siehst, das übermittelt halt nicht das Gefühl, wenn du es selbst ausprobierst. Nee, überhaupt nicht mal ansatzweise. Nee, nicht mal ansatzweise. Und das ist so ein bisschen, das ist auch frustrierend für die Leute, die den Kram verkaufen müssen, weil etwas zu verkaufen, was 1079 Euro kostet, ist nicht leicht. Also da sprichst du schon Enthusiasten an, weil ganz viele Leute werden diesen Preis lesen und sagen, okay, ist nicht für mich. Und es gibt günstigere Alternativen für die VR-Erfahrung. Die günstigste, also abgesehen von so Cardboard-VR-Sachen oder Nintendo Labo, ist dann wahrscheinlich immer noch PS VR. Nee, der günstigste müsste eigentlich die Oculus Quest sein, genau. Weil da ist ja das Gerät quasi mit drin. Das ist ja dann mit dem Handy, genau. Oder nee, ist das Oculus Quest mit dem Handy? Nee, das ist quasi selbst das Gerät. Genau, das ist selbst das Gerät. Genau, genau. Weil normalerweise brauchst du ja immer irgendwie den PC oder die Playstation oder so und bei der Quest war glaube ich das Besondere, dass es halt drin ist. Genau, genau. Ja, und deswegen, ich weiß nicht so ganz für wen es ist. Halt für die Hardcore-Leute natürlich nur. Für die Leute, die Half-Life 3 spielen wollen. Ja, das ist halt die Sache. Die arbeiten ja an VR-Spielen und es wird ja irgendein Half-Life oder Portal, irgendein Spin-Off-Ding hundertprozentig geben. Portal in VR stelle ich mir aber vor wie der absolute Horror. Und nee, ich will da drin leben und möchte nie wieder raus. Als jemand, der halt zum Glück unser Motion Sickness da leidet, kannst du nicht damit alle. Ja, aber glaubst du nicht, dass, also du merkst ja bei so Sachen wie Ace Combat auch so, okay, hier passiert ein bisschen was wenigstens. Und wenn du in Portal in ein Loch reinfällst und einfach fällst und fällst und fällst und fällst und fällst Ich würde es, ich würde... Ich glaube, ich würde auf dem Boden liegen. Ja, aber hoffentlich. Ich finde das richtig, richtig geil. Und natürlich, also Valve ist da ja nicht dumm. Also, Vermutlich. Ich habe wenig Beweis von den letzten zehn Jahren dafür, aber ich vermute, weil das... Denen geht es ja gut. Ja, ja, aber auf das Spieldesign bezogen meine ich, weil ich keine mehr gespielt habe von den letzten zehn Jahren. Deswegen, ich vermute mal, dass sie das besser wissen. Niemand spielt Artifact, das ist halt so ein bisschen das Problem gerade. Nee, das ist das Baster, das ist das Artifact. Deswegen würde ich schon vermuten, dass sie das dann hinbekommen, dass es da eben keine Motion Sickness Probleme auch gibt. Das wäre natürlich eine Killer-App, wenn du ein Steam-Index-exklusives Half-Life-Portal-Spiel hast. Ich wusste auch gar nicht, was ich da machen soll. Also, ich meine, wir würden wahrscheinlich zusammen sagen, ja, wir holen uns dann überhuckt das Ding. Donation-Stream. Ja, Mann. Für Valve quasi. Gibt Valve mehr Geld. Warum hast du dann eigentlich Index? Du hast Valve und Steam und dann machst du Index? Warum denn nicht... Steam VR? Ja, Handel oder irgendwas, was mit Steam und Valve zu tun hat. Die haben ein Thema aufgemacht, dass du eine Valve öffnest und eine Steam rauskommst. Da kannst du nicht einfach aufhören und einen Index nachdenken. Ich bin auch enttäuscht, dass nicht dieses rote Rad am Headset dran ist. Oh, wirklich am Auge? Ja, das wäre so geil. Das musst du dann so dran an dein Gesicht schrauben damit. Guck, wieso machen wir das nicht? Ich nehme das zurück, Valve ist doch dumm. Ich habe keinerlei Vertrauen. Index ist aber wirklich ein komischer Name. Ja, das klingt einfach zu... Ja, was sagt dir das? Also, ich weiß, was ein Index ist und es gibt den Index Finger und... Ja, und Index ist halt quasi wie so eine Datenbank. Ist ja auch ein Index. Jetzt ist es ein langweiliger Begriff. Ja, genau. Es ist halt... Ja, nee. Okay, nächstes Thema. Das Valve-Inhaltsverzeichnis? Ja. Nächstes Thema. Epic. Haben Psyonix gekauft. Auch, okay. Die Entwickler von Rocket League sind das, falls ihr das nicht wisst. Entschuldigung, meinst du die Entwickler von Noscoth? Stimmt, das war auch Psyonix, ne? Crazy. Noscoth war gar nicht schlecht. Nee, also Noscoth war super. Ja. Noscoth war richtig gut. Ja, ja. Also Psyonix gehört jetzt Epic und die haben gesagt, die machen jetzt Noscoth wieder exklusiv auf dem Epic-Store. Jawohl. Nein, also Psyonix selbst haben sich gemeldet und der Wortlaut hat ein paar Leute zum Grübeln gebracht. Also zum einen haben sie gesagt, es wird sich nichts ändern, Rocket League wird weiter unterstützt, wir haben jetzt einfach die Ressourcen von Epic. Endlich hatten die Entwickler von Rocket League Ressourcen. Endlich haben sie ein bisschen Geld. Und Rocket League wird halt auf dem Epic-Game-Store dann erscheinen. Aber da haben sich alle gefragt, was ist dann mit der Steam-Version? Und dann gab es so ein bisschen hin und her und Psyonix hat dann selbst gesagt, nein, ihr werdet weiterhin, nee, was haben sie gesagt, Rocket League wird weiterhin über Steam verfügbar sein, ihr werdet es spielen können, es wird Updates geben. Aber das Wording war immer noch so, dass die Spielbarkeit zwar bestätigt wurde, aber nicht der künftige Verkauf, nachdem es auf, also es gibt nicht diese definitive Aussage, soweit ich weiß, gibt es die nicht, vielleicht gibt es die doch schon inzwischen, keine Ahnung, ich habe sie zumindest jetzt nicht auf die Stelle gefunden, dass nachdem das Spiel auf dem Epic-Game-Store erschienen ist, es auch nach wie vor auf Steam gekauft werden kann. So, und das ist das, was die Leute verwirrt. Es wurde schon gereviewbombt auf Steam, aber das hängt auch einfach nur damit zusammen, dass es von Epic gekauft wurde. Ich glaube, da wäre alles drumherum eigentlich egal, weil die Leute hassen den Epic-Game-Store. Ja, das ist jetzt so eine Sache. Ich war einfach so ein bisschen angeweirdet, würde ich sagen. So ein bisschen so, warum? Weil, also, Psyonis hat keine Geldprobleme. Das kannst du mir nicht erzählen. Das ist ein sehr kleines Studio. Ja, aber mehr Geld, Robin. Ganz genau, das ist so ein bisschen mein Ding. Also da war ich so ein bisschen, warum verkauft ihr euch denn an Epic? Ihr seid so eines der größten, erfolgreichsten Indie-Studios aus aller fucking Zeiten. Die machen Back-to-the-Future-DLCs und hast ja nicht gesehen. Vermutlich einfach die langfristige Sicherheit, dass sie, wenn sie mal da nichts mehr für Rocket League verkaufen, weil das wird ja auch zurückgegangen sein, über die Jahre, ist ja ganz klar. Aber ja, da habe ich mir so ein bisschen gedacht, so, ja, good for you, so, ihr habt es geschafft. Aber irgendwie auch ein bisschen, ein bisschen bitterer Nachgeschmack, also war das für mich, dass da die Unabhängigkeit so offen aufgegeben wird, ohne wirklich, dass da jetzt das Gefühl hätte, dass es nötig sei, sondern eher so, ja, mehr Geld. Ja, ich glaube, der Unterschied ist so ein bisschen, wenn du an so Sachen denkst wie Ninja Theory, die ja von Microsoft gekauft wurden, wo wir ja gesagt haben, hey, hey, gut für Ninja Theory, weil bei Ninja Theory man eher das Gefühl hat, so, jedes Projekt, da muss ein bisschen drum gekämpft werden, weil die halt nicht diese kommerziellen Hits machen, also die haben jetzt kein Rocket League unter ihrem Güttel. Die sind ja nicht safe. Genau, da ist die Zukunft nicht so sicher wie jetzt bei so was wie Rocket League, wo du weißt, okay, das verkauft sich die ganze Zeit eigentlich und die haben ziemlich viele Freiheiten, könnte man zumindest davon ausgehen. Und da hat es Sinn gemacht. So, für Microsoft hat es Sinn gemacht, weil die brauchen IPs, für Ninja Theory hat es Sinn gemacht, weil die kriegen finanzielle Sicherheit und können neue Spiele bauen, ohne die Fragezeichen über den Kopf zu haben, ob sie in zwei Jahren auch noch das Licht im Studio anmachen kann. Und jetzt hier ist die Situation halt ein bisschen anders. Bei mir war die Reaktion aber tatsächlich eher Gleichgültigkeit, weil mir Rocket League nicht mehr sonderlich viel bedeutet. Und ich habe das ja auch nicht anhören so viel gespielt, wie viele andere damals. Und ich jetzt nicht so auf dem Schirm habe, was Sionics abseits von Rocket League seitdem gemacht hat. Nichts. Nichts? Zweitig heißt nichts. Ich gucke mal sicherheitshalber nach. Check mal aus. Aber vielleicht gab es ja auch Gespräche mit Epic, wo die ganz große Pläne haben für die Zukunft. Vielleicht für den Rocket League 2 oder sonst irgendwas. Und da kommt dann das Geld von... Tauch was auf. Ich hatte eine Idee. Ja, ja. Bitte. Jetzt mal schieß mal kurz deine Augen und stell dir vor, Rocket League Autos in Fortnite. Ich will aber was nachgucken. Okay. Oh Gott. Kannst du dir das vorstellen? Ja, aber das wird es ja dann geben. Während des Thanos-Events. Oder stimmt, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ja, natürlich wird es das geben. Das wird wahrscheinlich der Grund gewesen sein, dass die Rocket League Autos in Fortnite haben wollten, während sie gegen Thanos kämpfen. Entschuldigung, Thionos meinte ich. Und dann halt alle sich gegenseitig auf die Fresse hauen. Es gab tatsächlich nichts mehr von Sionics nach Rocket League. Nee. Außer halt Rocket League Ports. Genau, und sie haben ja Rocket League geportet, sie haben es auch weiterentwickelt. Sie haben neue Autos, neue DLCs, neue Maps, neue Modi. Genau, das ist ja so ein Live-Game dann wirklich gewesen. Und Sionics ist ja kein riesiges Studio. Deswegen werden die damit sehr gut beschäftigt gewesen sein. Aber ja, es ist so ein bisschen ja, so cool, good for you. Ich so bin jetzt so eher so ein bisschen so, ja, ob das sein muss, weiß ich nicht. Ja, same. Ja. Okay. Ich glaube, da sind diverse andere Leute sehr viel leidenschaftlicher, wenn ich das Internet so beobachte. Ja. Aber das ist der Epic Game Store. Die Gamers. Die Gamers. So, das soll es gewesen sein mit den News für diese Woche. Es ist wieder Zeit für eine kleine Werbeunterbrechung. Über audible.de slash hooked könnt ihr ein kostenloses Probeabo beim Hörbuchdienst Audible abschließen und erhaltet folglich das erste Hörbuch eurer Wahl umsonst, das ihr dann auch über diesen kostenlosen Probenmonat hinaus behalten könnt. Also, audible.de slash hooked für das kostenlose Probeabo. Außerdem sei an dieser Stelle unser Shop bei GetShirts.de empfohlen. Da könnt ihr euch Shirts, Pullover, Tassen, Mauspads und mehr mit Hooked und Time-to-3-Motiven holen. Matz als Naked Snake, Robin als Harry Potter oder mich umgeben von From-Software-Kreaturen gibt es da unter anderem als Motive zusätzlich zu Ronin-Varianten von uns dreien oder einfach Logos von Hooked und Time-to-3. Den Link findet ihr in der Beschreibung und auf unserer Website. Also, schaut da mal vorbei. Schließlich gibt es da noch unseren Amazon-Affiliate-Link, über den ihr Spiele, Filme, Serien oder was ihr sonst eben gerade noch so braucht, bestellen könnt. Und auch den findet ihr in der Beschreibung. Wir kommen zu dem Spiel, das wir in der letzten Woche gespielt haben. Bei mir ist es nämlich tatsächlich nichts. Also, ich könnte ein bisschen über ... Dann erzähl doch ein bisschen so über deine Woche einfach mal. Was hast du denn so gemacht, statt zu spielen? Wie war deine Woche? Was hast du sonst für Hobbys kennengelernt? Was sprichst du jetzt für Sprachen? Also, ich ... Also, pass auf. Nein, bei mir war tatsächlich spieletechnisch jetzt nicht so viel los. Ich spiele Sachen, aber vor allem dann für Video-Formate. Und an denen habe ich auch meine Freude, aber die eignen sich dann halt nicht für den Podcast. Aber dafür bin ich mit meinem nächsten Video schon relativ weit. Das geht so ein bisschen in Richtung Hooked Historia und kommt hoffentlich diese Woche noch. Ja, ich kann mal ... Aber das ist vielleicht ganz gut, dass du das mal kurz ansprichst, weil mein letztes Video ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ich arbeite immer noch und auch aktuell und gerade an zwei längeren Videoserien. Also, eine davon gerade sehr konkret und die andere dann danach weiter. Wo ich jetzt auch schon seit langer Zeit ran ... Genau, du weißt auch, was das ist. Wo ich jetzt auch schon seit langer Zeit ran arbeite und auch noch längere Zeit ran arbeiten werde. Das ist auch schon kein Geheimnis mehr, Robin. Eigentlich könnte man es sagen. Ja, nee, ich mag es nicht. Ein paar wissen es, aber viele auch nicht. Eins ist aber ... Also, es sind beides Patreon rein, sollte man dazu ... Es sind beides Patreon rein, genau. Aber es ist einfach ... Patreon und Steady rein. Sorry, Steady-Supporter. Es tut uns so leid. Wir haben euch wirklich genauso lieb wie den großen Bruder. Ich schwöre dir. Du kriegst zwar weniger gute Geschenke zu Weihnachten, aber ... Weil die Funktionalität von Steady noch nicht so weit ist. Das stimmt, das stimmt. Genau, ihr müsst immer Umfragen über ... Über E-Mail. Über so Poll-Dinger beantworten, oder? Über E-Mail. Naja, ich habe einfach eine Mail rausgeschickt. Da müssen wir noch mal drüber reden. Jedenfalls, also ich arbeite auch an Videos, aber das sind alles so große Projekte. Das dauert alles noch ein bisschen und kommt dann so ... Dann auf einen Schlag versteckt ihr, warum das so lange gedauert hat. So, Spiele. Red Dead Redemption 2 ist ein Spiel, das wir ... Entschuldigung. ... das wir letztes Jahr gespielt haben, beide. Auch teilweise Dutzende Stunden. Und beide nicht so richtig reingekommen sind. Uns haben zwar Elemente von dem Spiel gefallen, aber vieles auch nicht so richtig. Freundlich gesagt, finde ich. Ja, naja, ja, 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 ja. Aber ich meine, die Community hat sehr verständnisvoll darauf reagiert und hat schon alles gepasst. Du hast jetzt Red Dead Redemption 2 weitergespielt. Bei mir ist das auch immer so ein Vorhaben im Hintergrund, aber bisher hat es noch nicht so richtig die Gelegenheit gegeben, dass ich mir dachte, oh, jetzt habe ich mal wieder richtig Bock drauf, weil ich glaube, genau dieser Moment muss halt kommen. Du hast es aber weitergezockt. Und wie ist denn der Stand? Hat sich irgendwas geändert? Also, ich habe sehr viel weitergezockt. Ich bin jetzt im sechsten Kapitel. Ich hätte ja fast damit gerechnet, dass du jetzt durch bist. Ich bin fast. Also, ich glaube, ich nähere mich mit großen Schritten dem Ende. Okay. Ich glaube, ich weiß es nicht, weil ich nicht weiß, wie viele Kapitel es gibt. Ich weiß, wie viele Kapitel es gibt, aber die sind sehr unterschiedlich lang und ich weiß auch nicht, ob es da noch wie so Epiloge gibt oder sonst so irgendwas. Deswegen weiß ich noch nicht, ob es jetzt fünf oder zwanzig Stunden sind. Vor allen Dingen, weil du ja auch manchmal siehst, das ist ein Kapitel, das hat sieben Story-Missionen, aber in diesem Kapitel gibt es dann auch 20 Stranger-Missions und deswegen dauert die dann dreimal so lange, wie das Kapitel davor. Aber das machst du dann auch alles? Genau, das mache ich tatsächlich auch alles, weil das mir gerade sehr viel Freude macht. Also, man muss ja wirklich sagen, ich fand es wirklich ziemlich scheiße, dieses Spiel. Würde ich schon so sagen. Also, es war nicht so, oder die sagen, ja, es ist nicht so ganz meins, aber ich sehe viel Positive, sondern ich fand es schon ziemlich doof. Und wenige meiner Kritikpunkte sind jetzt weg. Die sind alle noch da. Ich glaube, dass es in der Präsentation dieser Geschichte einen Cut gibt, ab der Mitte des Spiels oder wenn man in die zweite Hälfte so ein bisschen drin ist, wo du einen, ein Plot ist vielleicht schon fast zu viel gesagt, aber du einen konkreteren Handlungsstrang folgst, konkretere Sachen passieren und mehr so die Dominosteine hintereinander wegfallen. Während die ersten drei Kapitel, wir haben ja gemerkt, dass wir so beide so ziemlich an exakt dem gleichen Punkt aufgehört haben. Das stimmt. Nämlich, das kann man ja sagen, wo es so losgeht mit den Missionen um die beiden Familien in Kapitel 3, die Brainwave und die Grays, heißen sie, glaube ich, oder Braidwaves, irgendwie sowas, die halt so ein Feud haben und du mischst dich dann da ein und da hatten wir dann so aufgehört. So ziemlich an der gleichen Mission aufgehört. Bis dahin ist es nur we need more money. Ganz, ganz. Das war so gut. Holy shit. Sure. Das war so gut. Ja, no. Genau, das ist halt nur we need more money, weil diese Struktur des Spiels ist echt nicht gut. Du hast halt wirklich dreieinhalb Kapitel lang gibt es keinen, keinen Weg nach vorne, sondern die haben, was ich mir so denke, wie dieses Spiel eigentlich strukturiert hätte sein müssen ist, du fängst an und bist on top of the world. Der Gang geht so gut, wie es dir gerade irgendwie gehen kann, alles ist super. Du gehst in den zweiten Akt, dann hast du das, was die erste Hälfte dieses Spiels ist. Dir geht es gerade schlechter. Es funktioniert nicht mehr. Du hast nur Pech. Du bist nur auf der Flucht und dann geht es halt in den dritten Akt, da wo ich jetzt bin. Was sie aber stattdessen gemacht haben, ist, dass der Großteil dieses Spiels ein einziges Stadium dieser Gang ist. Nämlich, es geht nicht so gut, wir brauchen Geld. Aber es wird nicht schlechter, es wird nicht besser, sondern es bleibt nur auf diesem Weg für 30 Stunden, 20 Stunden, es fehlt mir schwieriger zu sagen. 20 auf jeden Fall, weil ich bin so die 20 Stunden. Ja, ich würde sagen, ich war eher so 25, 26, glaube ich. Ich weiß es nicht. Wo halt die ganze Zeit einfach nur auf einem Gleichbleiben Ding ist, ja, uns geht es nicht so richtig gut, wir sind aber flucht, es funktioniert alles nicht so richtig gut, aber wir sind noch hoffnungsvoll. Und das bleibt auf dieser Linie. Ganze Zeit in diesen ersten drei Kapiteln. Und es gibt auch wenig Charakterentwicklung, meinte ich mit Charakterprogression. Es gibt das Problem in diesem Spiel, dass du keinen Neuling spielst, übrigens die Aufnahme ist da ausgesagt. Ja, das ist mir gerade auch schon aufgefallen, ich wollte dich noch ausreden lassen. Okay, das Problem ist, dass du keinen Neuling spielst, sodass du nie eine Einführung für den Großteil dieser Charaktere bekommst. Das heißt, die kennen sich alle schon, du bist die ersten 20 Stunden nur damit beschäftigt, zu verstehen, wer wer ist, und weil du die auch nie so viel siehst, ist das schwierig zu verstehen. Und deswegen würde ich sagen, dieses Spiel verkackt seine erste Spielhälfte halt unglaublich krass. Also zumindest aus der Perspektive. Wir checken einmal kurz unsere Aufnahmen. Wir haben immer zwei Aufnahmen laufen, eine zur Sicherheit und unsere Sicherheitsaufnahme, da ist scheinbar die SD-Karte voll, das checken wir einmal nur, damit ihr Bescheid wisst. Bis gleich. Und schon sind wir wieder da, nach diesem kurzen Intermezzo, das für euch keins war, sondern ein Instant-Schnitt. Kennen wir, dass das war's, mehr wollte ich gar nicht sagen. Ich hab's euch verarscht, ich wollte nur noch über Red's Head weckern ein bisschen. Ja, es war jetzt wieder Kritik im Wesentlichen an der Struktur des Spiels, aber es liegt ja daran, dass uns beiden, es gibt ja auch einige andere, das Spiel einfach nicht so richtig gefallen hat. Bei mir lag's daran, bei mir lag's auch an der Hauptmissionsstruktur, aber mir haben ja auch viele Sachen gefallen an dem Spiel. Ich mochte ja die Atmosphäre und ab und zu gab's so diese Highlights, wo es so, es sind kleine Gespräche oder dieses Du bist mit Dutch auf dem See draußen und so Momente inszeniert wurden, die ich richtig cool fand, aber dazwischen war sehr viel langsame, genau, toter Raum, sehr viel langsame Bewegung und so und dieses generell Bewegen in der Spielwelt war ja auch so ein Thema bei uns. Hat sich da irgendwas geändert oder was ist denn hinzugekommen? Also, nein, an dem Gameplay-Kritik hat sich eigentlich nichts geändert. Es ist halt dazugekommen tatsächlich, dass einfach die Struktur und die Konsexualisierung für das, was ich tue, unglaublich an Fahrt aufnimmt irgendwann und dadurch mir einen Weg gegeben wurde, mich in dieses Universum hereinzusteigern, sage ich mal. Die Charaktere wurden mir plötzlich wichtiger, weil ich interessant fand, was sie zu sagen hatten, weil ich ihre Umstände plötzlich interessanter fand. Dadurch wiederum war ich dann besser, habe ich dann Fuß gefasst in der Hauptgeschichte und dadurch habe ich einen Verbindungspunkt zu Arthur gefunden, den ich vorher nie hatte. Ich fand den ultra langweilig in den ersten drei Kapiteln, weil der eigentlich nur als passiver Mitspieler, ja, okay, sagt immer. Prost. Genau. Sure, yeah. Yeah, yeah. Und das war perfekt, oder? Also, war es Arthur? Das war einfach Arthur kurz im Raum. Yeah, yeah. Das war zu laut, das hat ein bisschen geklippt. Das tut mir leid. Yeah, yeah. Und der ist halt sehr passiver Mitspieler, aber dadurch, dass dann diese Events besser werden und auch Arthur ein bisschen mehr eine Position beziehen muss oder Sachen hinterfragen muss oder einfach in irgendeiner Art und Weise mehr teilnehmen muss an den Events, die da passieren, habe ich zu ihm einen viel besseren Verbindungspunkt gefunden und habe plötzlich verstanden, was Arthur für ein Charakter ist. Dadurch wiederum habe ich dann mehr Freude gehabt an den Gesprächen mit etwa den Stranger Missions, wo du einfach ja Leute in der Welt findest, weil ich schon mal das, was mein Spielcharakter sagt, interessant fand, weil ich einen Verbindungspunkt zu ihm gefunden habe. Dadurch fand ich halt die Gespräche, die er führt, auch interessanter. Und dann ist das alles so ein bisschen wie Dominosteine gefallen, dass ich dann einen Zugang zu der Spielwelt hatte, wo ich dann plötzlich auch Freude daran hatte, eben mal jagen zu gehen oder sonst irgendwas. All diese Sachen, wo ich vorher nie den Zugang zu bekommen habe, weil ich den Kern des Spiels so langweilig fand, hat sich so ein bisschen, halt wie gesagt, wie so ein Domino, wie der Domino Day, hat er sich so ein bisschen ergeben, dadurch, dass der Kern des Spiels besser funktionierte. Eigentlich hatte ich mir auch gedacht, schon am Wochenende, wäre das ein super, also eigentlich müsste ich den Anfang dieses Spiels nochmal spielen, um das wirklich vernünftig analysieren zu können, woran das jetzt genau lag und uns zu vergleichen mit der zweiten Hälfte des Spiels. Aber da habe ich einfach null Zeit gerade für, das wird deswegen nicht passieren, deswegen mache ich es ja im Podcast. aber das ist super faszinierend zu sehen, wie du dieses wirklich nicht tolle Gameplay, also dann beginnst zu verzeihen, wenn du in der Spielwelt und in den Charakterentwicklungen und dem Plot dann doch immer mehr und mehr investiert bist. Genau. Ich glaube, eine Sache, die ebenfalls sehr wichtig ist, du kommst dann irgendwann auch in der Hauptgeschichte halt in der Stadt an, in Saint-Denis, warst du bestimmt auch schon mal, also in der rechten ... Naja, noch nicht richtig. Also du weißt, du hast nicht mal gesehen. Genau das meint ich. Und dann bist du halt hauptsächlich halt dort irgendwann und in der Umgebung. Und dadurch wird halt das völlig nicht aktive Herumrennen ganz groß rausgeschnitten, weil du in der zweiten Hälfte, du spielst, viel weniger mit einfach sinnlos Rumreiten beschäftigt bist, Ach so, weil es im kleineren Rahmen stattfindet. Genau. Okay, verstehe. Du musst nicht immer nach Valentine reiten und dann nach Strawberry und da oben jagen oder sowas, sondern du musst immer noch reiten, weil dann dein Camp ein bisschen entfernt ist, aber das sind dann 20 Sekunden oder so. Und das ist halt super, also super, super wichtig, ich finde, weil dieses tote, dieser tote Raum, wie ich es gerade genannt habe, dieses leere Herumreiten, hat mich damals wirklich sehr, sehr gelangweilt. Und ja, deswegen, also ich finde es gerade richtig toll. Ich finde es gerade wirklich richtig, richtig gut. Ich finde die Charaktere gerade richtig toll. Ich finde die, also die Story ist halt immer noch sehr, also es ist halt keine Geschichte, die aufgrund, auf mit Plottwist funktioniert oder einem überraschenden Plott oder so, sondern es ist immer noch sehr character-driven. Aber da bin ich gerade voll drin. Es gab so einen Moment, ich werde dir nichts bollen, keine Sorge, weil du willst es ja auch noch spielen. Aber es gab so einen Moment, wo ich mir dachte, oh, wenn sie das mal jetzt machen würden, das wäre richtig cool. Das wäre so wirklich richtig cool. Dann haben sie exakt das gemacht, wo ich gar nicht mit gerechnet habe. Sondern ich so, oh, wenn Videospiele das mal machen würden, das wäre so cool. Und dann machen sie genau das. Oh, wow. Da war ich so richtig beeindruckt von und bin ich immer noch und ich weiß noch nicht, wie es ausgeht, weil ich ja noch nicht fertig bin. Aber ja, ich habe gerade so die letzten Tage auch immer richtig Bock gehabt, dieses Spiel weiter zu spielen, um zu sehen, was da noch passiert. Und das Spiel hat mich echt jetzt in dieser zweiten Hälfte schon sehr überrascht in seiner Struktur teilweise, in dem, was sich so getraut hat. Und ich bleibe aber immer noch ein bisschen ratlos zurück, warum das dann nichts in der ersten Hälfte von zu spüren gewesen ist. Verstehe ich nicht. Also das wirft ja mehrere Fragen auf. Zum einen ist es erstmal ärgerlich, dass diverse Leute jetzt schreiben werden, haben wir doch gesagt. Ja, genau, aber ihr habt ja nicht gesagt. Ihr habt gesagt, dass es schon in der ersten Hälfte all das Coole gibt. Ich habe auch von Leuten gelesen, die so meinten, ja, aber dann, ab Kapitel so und so, da wird es richtig gut. Und das ist ja immer so ein bisschen dieses schwierige, ja, du musst erst 20 Stunden investiert sein. Es gibt ja auch oft bei JRPGs oder sowas, wo man, also ist es okay, da zu sagen, ja, absolut. Es ist mir nicht wert. Aber die andere Frage, bereust du es ein bisschen, es erst jetzt weiter gespielt zu haben? Und wenn du es im letzten Jahr gespielt hättest, wo wäre Red Dead Redemption 2 gerade im Vergleich zu anderen Spielen? Also ich bräuchte es aber gar nicht, weil ich brauchte die Pause auch, um den Abstand zu gewinnen, um dieses, weil ich hatte ja so ein inhärent negatives Gefühl dem Spiel gegenüber, dass ich, ich hätte mich halt weiterhin gezwungen und selbst wenn es dann jetzt diese Änderung gegeben hätte, wäre es glaube ich nicht so, dass ich das so hätte wertschätzen können, weil ich immer noch von allem so genervt gewesen wäre. Genau davon wollte ich übrigens auch den Abstand gewinnen, weshalb ich dann auch mir dachte, okay, ich mache einfach eine Pause, weil zum einen Abstand davon, also von der eigenen Perspektive zum Spiel, um da nochmal ein bisschen Distanz zu gewinnen, zum anderen aber auch vom Hype, wo jeder über dieses Spiel geredet hat und der Großteil des Kurses war ja sehr positiv, du hast die Wertungen gesehen, du hast gesehen, was es für Awards gewonnen hat und allein dadurch, wenn du das dann nicht so richtig fühlst, entwickelt sich so eine kleine Aversion und von der will ich auch loskommen. Deswegen kann ich total nachvollziehen, wieso der Abstand so hilfreich ist. Genau, also das war auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und wo es am Ende des Jahres gelandet wäre. Also diese 30 Stunden davor sind fast unverzeihlich, finde ich. Also das musste man fast in zwei Teile, dass man die zweite Hälfte von Red Dead Redemption bewertet und die erste Hälfte, weil es mir sehr schwer fällt, zu sagen, gut, die ersten 30 Stunden wolltest du aus dem Fenster springen, wenn du spielen willst, aber danach wird es richtig gut. Ich finde, das ist als, also das Spiel wirkt da unglaublich, wie ist das Wort? Mir fällt das Wort gerade nicht ein, leider, aber es nimmt sich selbst für extrem wichtig in diesen ersten 25 Stunden. Es hält sich selbst für extremst wichtig und für sehr viel wichtiger, als es ist und erst, also es versucht halt nicht so wirklich viel zu machen, weil es sagt so, wir sind ja Red Dead, wir müssen das nicht, wir können einfach hier so ein bisschen Money holen, 30 Stunden lang, ohne dass irgendwas passiert und ohne dass irgendwelche Charaktere wachsen, das können wir schon und das kotzt mich ziemlich an, ehrlich gesagt, fast noch mehr jetzt mit dem Wissen, dass sie dann angefangen haben, coole Sachen zu schreiben und sich Mühe zu geben und die Stranger Missions werden auch alle viel besser, also das Spiel insgesamt wurde so viel, die Struktur, weil ich nicht mehr so viel rumreiten musste, die Missionsstruktur ist immer noch genauso langweilig, weil du immer noch linear einfach genau das, was du halt machen musst. Ja, das ist immer sehr rigide. Genau, aber zum Beispiel diese Stranger Missions, also ich finde hier die abgefahrensten Leute, gerade die abgefahrensten Missionen, die mich fast mehr als an GTA San Andreas erinnern in seiner Abgefahrenheit, weißt du, an Jetpack, an das Jetpack GTA als an Red Dead und das mag ich halt aber voll. Ja, es ist so ein Stilbruch und das passt halt auch gar nicht zu diesem, ernst, die ersten 30 Stunden, wir sind alles real, cut die ersten 30 Stunden raus, einfach wegschneiden, einfach löschen und dann einfach das andere Spiel geben und dann wäre ich schon zufrieden oder halt einfach Es gibt Tutorial-Optionen und dann landest du plötzlich 30 Stunden. Genau, oder halt wirklich diese grundsätzliche Struktur müsste so anders gestaltet werden, wie ich das gerade gesagt habe für mich, dass man wirklich mal auch, dass man halt diese Entwicklung dieser Gang früher bemerkt, weil man eben weiter oben startet und dass dann das, wir sind gerade ein bisschen auf der Flucht, halt dann fünf Stunden geht. Ja, dass einfach ein bisschen mehr passiert in den ersten Kapiteln. Das Argument wird ja sein, oder ist dann ja, dass halt diese ersten drei Kapitel so wichtig sind, um die erstmal kennenzulernen und überhaupt, aber ich finde ja, das machst du ja nicht. Aber ein Kapitel hätte gereicht. A hätte ein Kapitel gereicht und B, ich finde halt, du lernst sie nicht kennen in diesen drei Kapiteln. Ich habe sie jetzt in den letzten drei Kapiteln oder zweieinhalb Kapiteln, habe ich jede einzelne Figur, mit der ich da unterwegs bin, viel besser kennengelernt in den ersten drei Kapiteln, weil sie einfach mit Dingen konfrontiert wurden, wo sie am Anfang nicht konfrontiert wurden. Am Anfang sind sie ja alle so ein bisschen gelangweilt und ja, läuft schon. Ja, ich bin der Larry, ich habe hier, ja, mir ging es nicht so gut, ob mal jemand ermordet. Naja, da ging es mir zumindest ein bisschen anders, weil ich finde, es gibt so einzelne Momente, wo ich sie schon kennenlerne und ich finde es okay, so einen Status quo dann erstmal darzustellen. Auf jeden Fall. Es macht es halt nur viel zu lang, aber es gibt ja schon so kleinere Sachen, wenn dann irgendwie die zwei Staatsmänner sind es, glaube ich, kommen, während du angeln gehst mit dem Sohn von hier Marston und die Art und Weise, wie Arthur mit denen spricht und reagiert. Das war ja die eine Mission, die wir auch vorher schon rausgestrichen haben als positives Beispiel, weil da eben einmal etwas von Konsequenzen passiert. Richtig, aber da merkst du halt schon so ein bisschen Charakter, also du kriegst schon eine Färbung mit, aber es streckt sich halt viel zu lang. Genau. Und es ist zu lange, dieses, wir brauchen halt Geld. Ja, ja, ja. Und wie gesagt, es ist halt immer noch auch, wir brauchen Geld, das zieht sich halt durch Spiel, aber wie das, Er kann es ja auch, wenn nebenher was passiert. Genau, wie das kontaktualisiert wird, ist ganz, ganz wichtig. Da hat er, bei der Entwicklung hätte es jemand mit einem Rotstift gebraucht. Kannst du dir inzwischen zuverlässig, ohne dass du dich verklickst, von deinem Pferd die richtige Waffe nehmen? Aber man hält ja die Taste. Ja, ich meine, ohne dass du irgendwie versehentlich was falsch machst, oder das ist, das schon, ja, das schon. Aber ich habe, kommt da eine gewisse Intuition rein? Nein. Ich habe ein Video auf meiner Xbox gespeichert, wo ich, da hatte ich, da war ich in einem meiner Verstecke und das war so quasi so ein kleiner, ja, so eine Art Raum, in der man war. Also das war ziemlich beengt dort. Und da lag auf meinem Schreibtisch, du hast hinter dir, wenn du vor deinem Schreibtisch stehst, ist links neben dir dein Bett, direkt hinter dir ist ein Schrank auf der Munition steht, wo liegt, wo du Munition aufheben kannst. Rechts von dir hat er Fotos an die Wand gehängt, die du inspekten kannst. Und es liegen auch noch so Zettel, die du dir durchlesen kannst. Und dann hast du aber vor dir einen Schreibtisch und auf diesem Schreibtisch war ein Brief, der eine Mission freigestaltet hätte. Und ich habe wirklich zwei Minuten lang versucht, diesen Brief zu inspekten. Weil du musst in einem bestimmten, weil der hat quasi immer alles angezeigt. Du musst im richtigen Winkel stehen. Und du musst exakt, und du hast ja keine Kontrolle über Arthur in dieser Detailfüll. Du kannst ja nur, geh mal in die Richtung und dann macht er einen Schritt und steht dann plötzlich in Alaska. Und das hat wirklich zwei Minuten gedauert, bis ich halt da war. Und dieses Video ist halt einfach sehr schön zu sehen, wie ich ganz einen Schritt nach rechts und nach links und das sieht einfach so scheiße aus. Also das ist immer noch ein großes Problem und das geht auch nie weg. Auch da, das ist, finde ich, sehr berechtigte Kritik an dem Spiel. Okay, aber an und für sich freut es mich sehr gern, dass es dann doch, dass diese Geschichte dann doch diese Wendung nimmt. Weil mir das ja natürlich auch sehr viel lieber ist, als wenn du jetzt gesagt hättest, oh, ich habe weitergespielt und naja, die Story ist nichts für mich und die Charaktere sind doof und das hat nicht geklappt. Und ich finde auch, dass halt diese Stranger Missions also essentiell wichtig sind für die Charakterentwicklung. Ich habe davon ja auch schon ein paar gemacht und selbst am Anfang waren das eher meine Highlights als die Story-Mission. Ja, genau. Würde ich dir auch zustimmen, aber ich fand es immer noch relativ öde zu teilen. Ich hatte halt eins, wo du so einen Civil-War-Typen hast, der halt nach wie vor Sklaverei gern haben wollte und Arthur auch so dachte, wo du dem seine Sachen holst, ist das das? Ja, du sollst ihm seine Sachen holen und kannst ihn dann halt ... Aber das wird halt nochmal abgefahrener, das wird nochmal cooler oder es wird halt so auch, dass du teilweise dann Charaktere triffst, die du vorher in den Hauptstories in den ersten Kapiteln hattest und die nochmal dann triffst, aber in Form dieser Nebenmission dann. Und sie sind halt auch, werden auch teilweise richtig so krass durchdesignt. Also da hatte ich so ein bisschen das Assassin's Creed Odyssey-Gefühl, wo diese Nebenquests, die optionalen Nebenquests mit genauso viel Aufwand und genauso viel Liebe zum Detail gemacht wurden wie halt die Hauptmission und teilweise sogar mehr, weil es eben ein bisschen persönlicher war. Und deswegen habe ich halt auch gerade so, also ich mache halt alles, was ich gerade sehe. Die ganzen, immer wenn ich einen Stranger sehe, dann gehe ich auch zu dem und gucke mir den an, weil das in Teilen wirklich die Highlights vom Spielfeld sind. Das finde ich immer interessant, Assassin's Creed Odyssey, oder Red Dead Redemption 2. Odyssey. Okay. Auch ohne Zögern. Also ich hatte halt in der Odyssey 100 Stunden Spaß. Nicht erst 20 Stunden. Ja, ja, und wollte nie aufhören und das ist halt so gut, wie ich das jetzt auch finde, diese ersten, also das ist für mich, wie gesagt, wirklich fast unverzeihlich, wie wohinter, das ist wirklich Final Fantasy 13 mal 10, weil halt im Gegensatz zu Final Fantasy 13 wird ja tatsächlich was Cooles versteckt. Es ist ja nicht nur dieses Mysterium, wie bei 13, das würde auch Kapitel 13 gut und eigentlich ist es dann für eine halbe Stunde bis auf einem offenen Feld und dann geht es genauso weiter wie vorher. Aber ja, das ist eine andere Geschichte. Okay, sehr schön. Dann haben wir auch nochmal über Red Dead Redemption 2 geredet. So, hier ihr Community-Leute, ihr bekommt ihr, was ihr wollt. Robin, du findest das nicht gut genug. Oh, wer? Das kommt nicht. Wer? Einer von euch. Apropos nicht gut genug, lass uns mal über den Sonic-Trailer reden. Weiß. Wir haben beide den Sonic-Trailer uns tatsächlich gemeinsam angeschaut. Ach so, ich dachte, wir kommen zu was anderes. Das wäre auch eine gute Überleitung gewesen, aber ich finde, das passt tatsächlich zu beidem. Okay. Nein, wir reden als erstes über Sonic. Stimmt, stimmt. Ganz kurz nur. Da gab es einen ersten Trailer zu dem Film, zum Sonic-Film, der demnächst erscheinen soll und der hat so ein bisschen für Memes gesorgt, vor allem, weil man ja schon vorher so Ausschnitte von Sonics Design gesehen hat und das mag so fast niemand, dieses Redesign von Sonic und die Kritik bezieht sich vor allem darauf. Also, wenn du im Internet Sachen liest, dann geht es fast immer nur um das Design von Sonic. Ich persönlich finde, es sollte eigentlich noch weitergehen, weil ich finde auch den Trailer nicht sonderlich toll. Ich finde, das sieht aus wie ein Direct-to-DVD Teenie-Film von 2005, so aus dieser Ära. Ich erinnere mich voll da dran. An und für sich sehr vergessenswürdig. Ich finde, Jim Carrey ist da einfach Jim Carrey, was er schon lange nicht mehr so war in der Form. Deswegen schon fast wieder erfrischend, aber es war halt nicht lustig. Also, die Szenen im Film sind halt nicht lustig, äh, im Trailer so rum. Ich hätte jetzt fast gesagt, es war halt Jim Carrey, Jim Carrey, aber ich weiß, da werden viele Leute ganz so wütend sein, wenn ich das sage. Was meinst du? Achso, weil du ja nicht lustig bist. Nein, Jim Carrey war schon sehr oft sehr lustig. War schon sehr oft sehr lustig, war aber auch sehr oft sehr ja, ich mache lustige Gesichter. Das war nicht so ganz lustig. Es war mal sein totaler Stick. Ja, ja, genau. Und das hat dann halt jeder versucht in seinen Film zu bringen und es hat halt nicht immer geklappt. Und hier sieht es halt auch sehr danach aus, ähm, generell, dass es halt in der realen Welt spielt, dass du abseits von Sonic selbst nichts hast, was an Sonic erinnert, außer halt an, ne, das Design von Dr. Robotnik am Ende. Wobei, ähm, aber ist das nicht in Pokémon die Pikachu genauso? Das spielt in der Pokémon-Welt. Aber das merkst du ja nicht. Aber da sind haufenweise Pokémon, da ist nicht nur, nicht nur Pikachu. Aber das ist ja das Einzige, weil ansonsten ist es ja wirklich, naja, weil die Pokémon-Welt ja an, also die Kanto- und Joto-Region sind ja an Regionen aus Japan angelehnt. Das stimmt, das stimmt, ja. Deswegen sieht das, äh, sieht das halt in einem Film auch halbwegs real aus, aber bei Sonic, ich meine, du hast halt keine kohärente Sonic-Welt. Du kannst halt sagen, ja, guck mal, hier ist Green Hill Zone, hier ist Chemical Plant und dann hast du wieder die Sachen, die Sonic 06 macht. Jetzt jagst du auch noch die Sonic 06 auf uns. Nein, nein, das ist gar nicht mal als negatives Ding gemeint. Ich meine einfach, dass es so variantenreich ist, dass selbst die reale Welt eigentlich, sie war ja mal Setting in bestimmten Sonic-Spielen. Also, so von mir aus. Aber dass es abseits von Sonic dann halt nichts gibt, äh, finde ich ein bisschen schade. Die Musikwahl mit Gangsters Paradise ist fragwürdig. Also das ist das Einzige, was ich halt großartig finde. Weil das ist so lustig. Einfach die Idee, dass ein Sonic the Hedgehog Trailer, also ich will damals, als Gangsters Paradise rauskam und dann auch Sonic so in war, da will ich, dass jemand durch die Zeitkreis wäre und 2019 auskommt. Das allererste, was er sieht, ist das. Aber ich finde, da müsste man irgendwas mit dem Song machen. Ich finde das halt so lustig, weil es einfach da ist, weil es halt so selbstverständlich wirkt. Natürlich ist es Gangsters Paradise und es wird halt nicht angesprochen und es ist auch kein Teil vom Trailer, sondern es ist einfach, ne, es ist ein Gangster, der Sonic so was. Ich finde das super lustig. Sonic der OG. Wir haben es ja gemeinsam das erste Mal angeguckt und ich wusste das so, wir bräuchten da beide so drüber lachen. Ja gut, wenn der Rest stimmen würde, würde ich das wahrscheinlich auch noch. Genau. Aber das Ding ist ja, wenn es so ein bisschen ironischer als gesamt wäre. Der Twitter-Kanal von Sonic hat ja einen super Edge im Wesentlichen. Also der hat so diesen ironischen Ton, machen sich sehr über die Vergangenheit von Sonic teilweise lustig, aber gleichzeitig stellen auch die Sachen heraus, für die Sonic halt steht. Und diesen Ton, der würde sich super für so einen Film eignen und der steckt, finde ich, hier halt kaum drin. Also es gibt zwar diverse Gags, aber sie zünden zumindest bei mir nicht so richtig. Und dann gibt es eben auch noch das Sonic-Design, wo sich halt alle darauf fokussieren und wo ich auch sage, ich mag das halt auch nicht. Also ich finde, das ist kein tolles Design von einem populären Charakter, ihn im Wesentlichen komplett anders aussehen zu lassen. Deswegen verstehe ich schon, warum da momentan die Sonic-Fans und ich bin nicht mal Sonic-Fans, dann sagen, Leute, wir haben was anderes erwartet. Ich will dir kurz sagen, ich sehe gerade nicht mehr, ob das läuft, weil das Licht da drauf fällt, die Aufnahme. Ich möchte dir nur ... Läuft noch. Ich fand ganz lustig, gibt eine Szene, das ist mir sofort aufgefallen in dem Sonic-Trailer, was fast eine 1 zu 1 Kopie ... Also es ist ja keine Kopie, weil es gleichzeitig gedreht wurde. Aber diese Szene gibt es so auch 1 zu 1 in die Taktik Pikachu. Nämlich wenn das erste Mal der Hauptcharakter auf Sonic oder Pikachu trifft. Da ist halt Sonic in so einem dunklen Raum und der eine kommt mit einer Waffe da rein und dann sieht er und beide fangen so an zu schreien. Das fand ich extrem lustig, wie das wirklich fast 1 zu 1 die gleiche Szene war. Stimmt eigentlich. Aber ich würde dir bei allem so zustimmen, was du gesagt hast. Also ich fand den Trailer halt lange nicht so schlimm wie offensichtlich viele andere. Ich fand, der war okay. Ich habe halt auch bei dem Detective Pikachu-Trailer nie gelacht, sondern fand das sympathisch, was ich da gesehen habe. Ich habe da gelacht. Ich fand ihn super. Ich fand das halt okay und das finde ich jetzt nicht so okay wie den Detective Pikachu-Trailer, aber ich finde, für mich ist da jetzt auch kein Riesenunterschied subjektiv bemerkbar gewesen. Ich hoffe halt, dass sie jetzt in dem Redesign, dass sie dem Sonic jetzt unterziehen, weil der Fan-Backlash so groß war, dass er einfach aussieht wie Pikachu danach. Also dass er einfach Pikachu ist. Weißt du, das finde ich halt super, super lustig. Pikachu! Das wäre sehr, sehr gut. Oder er hat jetzt diese komische Schuppentextur von Glurak. Oh ja, genau. Er hat gar kein Fell mehr, sondern wirklich so ein ganz komisches... Oder sie nehmen nur die Zähne raus, oder so, weil Sonic hat ja Zähne in dem... Es gibt ja ganz viele Fan-Mock-Ups schon von Sonic, der im Wesentlichen diesen realistischen Stil beibehält, also erkennbares Fell und alles. Sie aber wieder die Augenpartie zurückholen und so ein bisschen die Gesichtsform zurückholen und auch diesen Smirk, den Sonic hat in seinem modernen, eigentlich modernen Design. Und da merkst du, okay, es geht. Man kann dieses alte Design sich nehmen und es in dieses realistische Setting packen. das passt schon und ich schätze mal, sie werden halt in die Richtung gehen. Ich finde halt auch, also genau, da bin ich ja auch kontra allen anderen, weil ich finde das Design halt nicht krass gut, aber ich finde es auch nicht schlimm. Ich finde halt, Sonic sieht da einfach aus wie eine andere Version von Sonic, aber ich sage jetzt nicht so, dass ich nicht mehr Sonic erkennen würde oder dass ich das jetzt furchtbar fände oder so. also diese Memes, wo so, ah, The Abomination, so das sehe ich nicht. Also das sehe ich halt nicht mehr als, das habe ich gegenüber dir mal gesagt, nicht mehr als ich das bei Glurak oder Anton sehe. Da finde ich auch so, die sehen komisch aus und das finde ich bei Sonic teilweise auch, aber jetzt so nicht so, dass es mich jetzt einem Memen stattfand reicht. Ja, für mich ist es ein bisschen so, als wenn sie Pikachu in Detective Pikachu genommen hätten und er wäre orange und der Rest wäre aber ähnlich. Und ich würde halt so denken, nee, das, also, ein Charakterdesign ist, es gibt bestimmte Sachen in einem Charakterdesign, die sind essentiell für diesen Charakter und wenn du Pikachu orange machst, dann ist das nicht mehr ein Pikachu, sondern dann sieht es halt ein bisschen mehr nach Raichu aus oder ein bisschen nach einem Shiny, wobei selbst das noch kein Orange ist, aber bei Sonic halt so viel am Gesicht zu ändern, das ist ja vor allem das Gesicht, weil es gibt noch die Sachen, er hat keine Handschuhe, er hat nicht diese, viele andere Elemente nicht, die ihn so ausmachen, so in der Farbgebung. Das finde ich sehr lustig, dass er einfach weiße Hände hat, dass das da die Handschuhe genau, ja, und dass er so separate Augen voneinander hat, er sieht einfach viel mehr wie ein austauschbarer Cartoon-Charakter aus und ich finde Sonics Design an und für sich ziemlich gut, also das Charakterdesign von Sonic, da habe ich tatsächlich überhaupt nichts dagegen, sowohl vom alten Sonic, der noch so ein bisschen runder und niedlicher ist, als auch vom modernen Sonic. Ja, die Sache ist halt, also, sie haben, glaube ich, schon das Gleiche versucht halt, wie sie das auch bei den Pokémon gemacht haben, halt bei einem Pikachu muss sie ja fast nichts ändern, das sieht ja sehr originalgetreu aus. Ja, das ist wie ein Pikachu. Bei einem Anton oder Glurak haben sie schon viel verändert, also das sieht schon echt an, sie sehen halt sehr viel animal, von Glurak sieht das sehr viel mehr an, sehr viel animalischer aus. Was ich aber so lustig daran finde, beim Anton zum Beispiel, sie haben im Wesentlichen das Design, wenn du dir, wenn du das über eine 2D-Version davon legen würdest, da haben sie relativ wenig dran getan. Er hat immer noch die gleiche Augenform und sowas. Sie haben das einfach nur durch Fell und Texturen und solche Geschichten ins realistische Setting befördert, auf eine Art und Weise, die es halt ein bisschen creepy aussehen lässt und bei manchen Pokémon mehr als bei anderen. Aber am grundlegenden Charakterdesign wird bei jedem Pokémon relativ wenig geändert. Und das ist halt, glaube ich, der Unterschied zu Sonic, weil Sonic ist halt ein anthropomorphisch, ja, das ist das Wort, was ich suche, ein anthropomorphisches Tier, ein menschliches Tier, genau, was halt redet. Und also Pikachu ist halt einfach, man seht ja auch die Leute mit Pikachu, dann sieht es einfach aus, weiter wie ein Pikachu, aber Sonic hat ja menschliche Züge, hat ja Beine wie ein Mensch und Schuhe an und so. Das heißt, es ist halt viel mehr ein menschliches Wesen, als ein Pokémon. Das heißt, ich glaube, da war der Gedanke einfach, okay, dann müssen wir das vom Stil her einfach auch ein bisschen mehr der realistischen Welt anpassen. Und da kann es halt nicht einfach ein großes Auge mit zwei Pupillen haben, wie das der originale Sonic macht. Ich glaube, das wäre der Gedanke dahinter. Ob das richtig ist oder ob das besser aussieht, das wage ich jetzt nicht zu beurteilen. Ich bin aber sehr daran interessiert, wie es dann am Ende aussieht, weil ich glaube, sowas gibt es sehr, sehr selten, dass man dann so einen öffentlichen Trailer hat, wo ein Design ist und dass man das dann so vergleichen kann mit den Szenen vom fertigen Film. Ob es dann auch wirklich anders aussieht, ist nochmal die andere Frage, wieder die Versprechung. Ich meine, es kommt ja erst im November raus. Das heißt, da ist auf jeden Fall genug Zeit, um das zu ändern. Und wir wissen ja von ganz vielen Filmen, dass die Digital Effects bis wirklich teilweise den Tag vor Premiere noch gemacht werden. Also das ist nie so ein Ding, was vorher fertig ist, sondern das ist immer so ein Ding, was bis auf den letzten Tag daran gearbeitet wird, weil halt übelst gecruncht wird in der Animationsindustrie und weil da schlecht bezahlt wird und da wird halt dann wirklich reingepowert und genau da steht den Leuten jetzt natürlich auch bevor. Ich hoffe halt, dass sie dafür extra bezahlt werden und dass es nicht allzu schlimm wird. Finde ich einfach krass, dass jetzt in dem Stadium nochmal gesagt wird, ja, wir erinnern jetzt das Design vom Charakter, aber sie werden es ja einfach dem klassischen Design anpassen. Ja, und du musst dir vorstellen, also verglichen mit vielen anderen Nachträges und Änderungen, ohne dass jetzt der Release groß verändert wurde, ist das gar nicht so schlimm. Guck dir Rogue One an. In Rogue One wurde, oder Justice League, nur ein besseres Beispiel. In Justice League wurde von dem, was wir wissen, so ungefähr 30, 25, 30 Prozent des Films neu gedreht, nachdem Whedon das übernommen hat. Du hast die ganzen Trailer-Szenen, wo es einmal Nacht ist und dann ist es im fertigen Film Tag, was alles neu gerendert wurde. Also dieser halbe Film wurde nochmal neu gedreht und die andere Hälfte wurde verändert und da wurde trotzdem der Release beibehalten. Also ich glaube, als Außenstehender unterschätzt man, wie effektiv und wie gängig das ist, diese Sachen so grundsätzlich zu verändern mittlerweile. Ja, bei mir ist halt das Ding, ich verstehe, warum sich auf das Design fokussiert wird. Wenn Sonic ein komplett anderes Design hätte, also ein sehr klassischeres, wo keiner sich beschweren würde, sondern alle würden sagen, hey, der sieht cool aus, wäre das immer noch ein schlechter Trailer. Ja, stimmt. Das hat so ein Problem. Der Trailer ist sehr klar. Während wenn der Trailer jetzt richtig gut wäre und die Gags richtig gesessen hätten, würde das halt den Effekt vom Design sehr dämpfen. Stimmt. Und man hätte sich dessen ja bewusst werden können, dass man so sagt, und das hat ja scheinbar nicht stattgefunden, dass man so sagt, hey, das Design würde halt ein bisschen Leute spalten, weil es schon sehr anders ist und das halt in den Film integrieren können, weil Sonic ist halt auch so ein bisschen vierte Wandbruch. Also das, was man von diesem Sonic-Buben, von der Cartoon-Serie hört, ist ja nur, dass die die ganze Zeit so Gags machen, die die vierte Wand brechen und so ganz krasse Sachen und das steckte hier bisher nicht so richtig. Ich mag die Theorie sehr, finde die sehr glaubwürdig, dass halt es da sehr große Kämpfe hinter den Kulissen gab zwischen Producern und Kreativen und dass halt im Endeffekt die Producer sich dann durchgesetzt haben, weil sie halt die fucking Producer sind und hier das letzte Wort haben und dann quasi bei dem Backlash quasi Regisseur und Co. sagen können, I told you so, aber ich so, und dann halt quasi deswegen sich die Producer haben überzeugen lassen, dass sie das dann doch so machen können, wie es ursprünglich von den Kreativen geplant war. Da gibt es keinerlei Leaks oder so, kein Grund, das zu glauben. Das ist eine Spekulation. Aber ich mag die Theorie. Okay, lass uns mal weitermachen mit Game of Thrones, dem letzten Thema für heute. Wir haben in den vergangenen Wochen die ersten drei Episoden der neuen Staffel geschaut, über die wir jetzt reden wollen und wir reden auch spoiler-technisch drüber, also falls ihr das selbst noch nicht schaut und noch schauen wollt, am besten jetzt abschalten oder nach vorne skippen zu den Podcast-Produzenten. In dem Fall möchte ich mich bereits bedanken für das Zuhören an diesem Podcast. Liebe Red Hat und Sonic-Fans, bitte behandelt und sanft und mit Liebe. Danke. Wie immer. Game of Thrones. Robin, wir haben das mit Dani zusammengeschaut, also das ist tatsächlich das erste Mal, dass wir das so zusammen, gemeinsam erleben, was ich sehr schön finde, weil das dieses Erlebnis ein bisschen aufhärtet. Ich habe es halt bisher immer mit Dani geschaut und das hat auch immer sehr viel Spaß gemacht, aber es ist so klassisches The More, The Merrier, weil man dann halt noch mehr Reaktionen hat und sich gegenseitig so ein bisschen anstacheln kann mit Spekulationen und so weiter und danach auch dann ein bisschen diskutiert über die jeweilige Folge und das finde ich einfach sehr schön, das macht mir Spaß und ich freue mich auch schon heute die nächste Folge zu gucken, weil ich muss ja sagen, mein bisheriger Eindruck oder vielleicht sollte ich den mal voranschicken. Wir haben ja, als wir über die letzte Staffel geredet haben, auch schon mal geäußert, also da habe ich es zumindest gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was genau dein Stand war, dass ich so ein bisschen, meine emotionale Investition in Game of Thrones ist nicht mehr so stark. Also Staffel 5 hat das ein bisschen kaputt gemacht und Staffel 6 fand ich zwar besser, aber hat jetzt auch nicht mich wieder komplett reingebracht. Ist das die 7te oder die 8te? Das ist die 8te jetzt. Okay. Bei den letzten Staffeln war ich wieder ein bisschen mehr dabei, aber trotzdem hat es mich nie so richtig nochmal reingeholt. Wir haben uns ja beschwert über so Sachen wie, dass sich Westeros anfühlt wie ein Dorf, weil die von Ort A nach B kommen innerhalb von gefühlt fünf Minuten und das überhaupt keine Distanzen mehr gibt, scheinbar. Demnach sind meine Erwartungen halt relativ gering gewesen an diese neue Staffel. Das will ich damit im Wesentlichen nur etablieren. Und ich bin bisher noch recht dabei, trotz diverser Probleme, die wir alle im Wesentlichen haben mit dieser Staffel. Aber ich fand es sehr schön am Anfang, dass sie sich Zeit nehmen für Charaktere und Charaktermomente, dass Leute einfach mal nur miteinander reden können, ohne dass jetzt die ganze Zeit die krasse Action passieren muss. Der Serie tut gerade, finde ich, sehr gut, dass es sehr kompakt ist, alles relativ nur in Winterfälle und Umgebung spielt, weil dadurch nicht viel hin und her gesprungen wird und dadurch eben auch gar nicht erst dieses Problem entstehen kann, dass Westeros sich so klein anfühlt. Obwohl es zwischendrin dann doch so einen Moment gibt, wo Theon plötzlich in Winterfell auftaucht nach fünf Minuten. Das wird sich ja jetzt wahrscheinlich auch mit der nächsten Folge ändern. Das kann sehr gut sein. Da kommt wieder King's Landing ins Spiel. Das kann sehr gut sein. Aber an und für sich viele schöne Charaktermomente drin. Ja, so ein bisschen Fanservice-y. Das ist freundlich umschrieben, würde ich sagen. Freundlich umschrieben. Aber selbst ein paar der Fanservice-Momente finde ich dann halt ganz süß gemacht. Und zuletzt gab es ja dann die große Schlacht, wo wir so voll die Entwicklung durchgemacht haben, als wir das geschaut haben. Weil es war am Anfang so cool, schöne visuelle Ideen und dann mit der Zeit immer so was passiert denn jetzt? Ja, genau. Ja, also es gibt bei mir fast so die ersten zwei Folgen und die dritte. Weil die ersten zwei Folgen war ich auch sehr positiv gegenüber eingestellt. Die dritte, je mehr Tage vergehen, desto schlimmer finde ich sie. Game of Thrones ist halt nicht mehr eine Serie, wo du drüber nachdenken darfst. Nee, wirklich nicht. Also die dritte Folge ist ja die große Schlacht und da wurde jetzt überall im Internet schon tot diskutiert. Deswegen müssen wir da nicht jetzt in den ganz großen Spoiler-Podcast gehen, wo wir zwei Stunden jeden einzelnen Move dieser Schlacht analysieren. Also es gibt halt viel... Schade. Ja, ne? Es gibt halt... Ich habe jetzt wirklich bei einigen Leuten gehört und mir Podcasts angehört und Meinungen durchgelesen, wo das halt wirklich Game of Thrones zerstört hat für sie. Weil die immer noch sehr in diesem Modus waren, wo sie gesagt haben, ich glaube schon daran, dass da noch sowas hinter steckt. Da ist die große Story hinter, da gibt es den großen Plan hinter, das geht nicht einfach nur um wir kämpfen gegen Zombies, das steht für mehr und so weiter und so fort. Und diese Folge war ja dann, nee, es sind halt Zombies und die kannst du umbringen, Punkt. und mir war das, also ich habe genau damit gerechnet. Ja, halt ein Insektenschwarm mit einer Königin und wenn du die Könige umbringst, sind sie... Ja, ja, genau, genau. Und das steht halt metaphorisch nicht für mehr. Also es ist halt nicht so dieses, wie du ja auch gesagt hast in der Diskussion, es ist halt nicht so diese Bedrohung, die einfach nur symbolisiert, dass dieses ganze Game of Thrones dumm ist und es gar nichts bedeutet, weil du hast hier diese apokalyptische Macht im Hintergrund, die eh größer und wichtiger und stärker ist als diese menschlichen Problemchen und Konflikte, sondern es war halt Zombies und sie kannst halt töten, dann ist es kein Problem mehr. Und das macht... Nee, genau. Das macht aus dieser prophetischen, apokalyptischen, unbesiegbaren Macht, die ja auch von... Ich habe die Bücher nie gelesen, aber die ja in den Büchern auch mal nur umschrieben bleibt. Da gibt es ja den Night King als Charakter nicht, sondern man erfährt, man hört nur von ihm als halt irgend so eine Macht im Hintergrund. Und diese mit auch in vielen Ebenen metaphorische Macht, diese apokalyptische Macht, wo diese ganze Welt sich drum dreht, ist dann halt eine Schlacht, wo dann nichts so wirklich Schlimmes auch passiert. Das ist nicht mit Abstand nicht die schlimmste oder brutalste oder konsequenzvollste Schlacht, die in der Serie, sondern es ist halt eine dieser Schlachten. Und dann ist die halt vorbei. Und wenn man das dann im Kontext der Bedrohung setzt und was für Erwartungen und Hoffnungen und Bedeutungen an diese Bedrohung geknüpft waren, die du dann immer noch hattest, ich hatte sie nicht mehr und du ja in der Form auch nicht mehr so richtig, wenn ich sie mitbekommen habe. Deswegen kann ich verstehen, dass ja die Leute gesagt haben, holy shit, fick diese Serie, da war ja alles umsonst, was ich mir da gedacht habe. Das finde ich sehr interessant, weil das mache ich ja bei Game of Thrones nie. Also ich höre mir nie noch andere Meinungen an und beschäftige mich noch lange damit, sondern ich gucke das immer und habe das so für mich so gut ist. Das brauche ich da irgendwie nicht so richtig. Aber deswegen finde ich es gerade sehr interessant zu hören, dass das für viele so ein Wendepunkt zu sein scheint, wo ich dann denke, okay, dann war eure Toleranz in der Vergangenheit sehr groß für die Sache. Ja, der Glaube halt, so ein bisschen die ... Ja, mein Ding war ja, Staffel 5 war einfach zu großen Teilen langweilig und schlecht. Ja, ja, ja. Und dieses Langweilige ging dann wieder weg. Aber es war immer noch schlecht zwischendrin, aber es wurde trotzdem sehr unterhaltsam. Es war spektakulär und unterhaltsam dafür. Es hat immer noch sehr viel Spaß gemacht, Game of Thrones zu gucken und so geht es mir nach wie vor. Also ich habe immer noch sehr viel Spaß, diese Serie zu gucken. Jetzt mit euch nochmal mehr eigentlich. Das heißt, langweilig bisher nicht das Problem für mich. Nee, überhaupt nicht. Auch diese dritte Staffel, Folge mit dem Kampf, war zu keinem Zeit ... Naja, sie war kurz mal ... Also sie war immer wieder langweilig, wenn es die Drachen gekämpft haben und du nichts erkannt hast. Aber abgesehen davon war ... Das Problem war nicht, dass sie langweilig war. Und meine Hoffnung war, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass sie es umsetzen, dass es halt bei dem Night King und den White Walkern darum ging, dass diese Macht, wie du es auch nennst, dieses sehr Unbestimmte die meiste Zeit, über die Länder wäscht und das halt dargestellt werden soll, dass all dieses Geplänkel um den Thron und so, dass das halt super nichtig ist im großen Kontext dieser Welt. Und wenn bis dahin sich nicht die Leute richtig zusammengeschlossen haben und die Länders das und so mal von ihrem hohen Ross runterkommen, dann wird es halt über die rüber gewaschen und am Ende bleibt kaum noch was übrig. Weil das fände ich, wäre ... Also das dachte ich, ist so die Intention dahinter. In dem, wo vorher über diese Bedrohung geredet wurde. Und du hast halt die gigantischste Mauer etwa, die gebaut wurde, um sie aufzuhalten. Richtig, richtig. Und das hat sich wirklich gar nicht bewahrheitet. Also einmal haben die Länders das ja nicht mal dran teilgenommen. Also so vereinzelte, so drei Leute von den Länders oder so im Wesentlichen. Aber dann hast du halt diese große Schlacht, die finde ich teilweise echt cool inszeniert ist, teilweise sehr verwirrend inszeniert war mit den Drachen. Aber wir hatten jetzt zum Beispiel nicht das Problem der Erkennbarkeit, dass irgendwie alles zu dunkel war oder so. Das Problem ist bei der Inszenierung halt, dass die Inszenierung sehr auf Kosten der Glaubwürdigkeit geht, weil du halt am Anfang mit diesen Dothraki-Reitern zum Beispiel hast. Die hast halt eine supergeile Inszenierung, wie sie in dieses Nichts reiten. Und das sieht so geil alles aus. Aber wenn du mal überlegst, was der Plan dahinter war, dass die das komplette Dothraki-Volk ist einfach ausgelöscht danach. Das haben sie geopfert. Und zwar wofür? Reitet meins nichts. Guck mal, was passiert. Das ist so nicht, das ist kein Plan. Das ist einfach nur dumm. Dass die gesagt wird, die haben ja auch Katapulte im Hintergrund. Ich hab mir die Folge auch nochmal angeguckt. Die haben ja Katapulte im Hintergrund, die haben Bogenschützen, die Kaputte schießen glaube ich einmal. Und dann sagen die, oh, die Dothraki sind da, wir dürfen nicht mehr schießen. Und dann rennen die einfach dahin und sterben halt alle. Weil was, natürlich sterben die alle. Im besten Fall hättest du halt ein paar Zombies dabei getötet, aber natürlich sterben die alle. Und das war, das ist halt so ein Ding, das sah super cool aus, aber sobald man drüber nachdenkt, ist es so extrem dumm. Ja, das ist nicht der taktisch cleverste zu. Wie gesagt, von der Inszenierung her, für die Darstellung der Bedrohlichkeit am Anfang fand ich das gar nicht schlecht, weil du siehst die gegnerische Armee nicht, sondern nur, wie die Leute auf sie reagieren, nämlich indem sie panisch wieder wegrennen. Das war cool, ja. Und das finde ich dann aus der Hinsicht schon mal gar nicht schlecht. Das Ding ist, das hat sich nach und nach immer weiter aufgelöst, weil halt es immer wieder passiert ist, dass Hauptcharaktere in brenzlige Situationen kommen, dass es so aussieht, als ob sie gleich überwältigt werden und dann wird weggeschnitten. Oh, hier sind von 40 Zombies umgeben, sie haben keine Chance gerade, ah, weggeschnitten und dann ist man, wenn wir da sind, sind wir einfach selten. Und in der nächsten Szene sind sie, also sie werden durch Editing, durch Video-Editing gerettet. Es gibt extreme Fälle vom Plot-Armor und es erwischt im Wesentlichen so ein paar Neben-Neben-Charaktere. Und dann gibt es noch so, ne, auch so Sachen wie dieser Moment, wo der Night King die Leute wieder erhebt, die alle gefallen sind und du wirklich so Szenen hast wie die kleine Tormund, die dann wieder auf... Mormont, oder? Tormund ist immer anders. Ja, stimmt. Ich verwechsel das immer. Obwohl eine kleine Tormund wäre auch sehr, sehr cool. Das stimmt. Die dann wieder aufsteht, aber mit denen halt nichts passiert. Also es wirkt dann so, ja, warum ist das jetzt passiert? Das hat ja überhaupt keine Auswirkung. Bis dann halt zum Schluss, wo durch Teleportationsmagie Arya den Night King besiegt. Naruto halt. So ein Naruto-Run und Sprung. Und auch da wieder inszeniert. Ganz gut. Aber macht so viel Sinn. Und das ist halt, was halt, ja, was auch so schade ist, es ist in keiner Form eine Konsequenz von der Schlacht davor. Du hättest die ganze Schlacht wegdenken können und sie hätten einfach nur Bran dahin stellen können und das wäre dann genauso passiert. Weißt du, die Schlacht hatte keinerlei Relevanz für den Ausgang. Und ich finde, das haben sie vorher oft sehr viel besser dargestellt. Weil sie hat insofern Relevanz, als dass sich der Night King mit seiner Armee ja erstmal bis dahin durchkämpft. Ja, ja, aber die Schlacht hätte es ja nicht geben müssen. Also sie hätten ja auch nicht kämpfen müssen. Wenn die keine, wenn die keine Gegend, die hätten nur den Bran hinstellen können und ohne keine Gegenwehr, hätten sie den ganzen Zombie-Hunden einfach zu Bran hätten gehen lassen können und dann hätte ja Arya aus dem Nichts reingesprungen und hätten ihn umgebracht. Das meine ich damit. Das ist halt nicht, keine Konsequenz aus der Schlacht, sondern es gab halt die Schlacht, so 70 Minuten lang war cool und dann wurde gesagt, jetzt muss aber mal ein Night King sterben und dann ist einfach jemand tatsächlich hinzirpen und hat ihn umgebracht. Ja, vor allem auch so, auf Seiten des Night Kings ist es ja eigentlich gar nicht nötig gewesen, da persönlich hinzugehen. Überhaupt nicht. Du hättest ja auch jemand anders schicken können. Die Frage war ja, was hat der mit Bran vor? Was ist da jetzt wirklich das Ding? Und dann sagen die, er ist halt, was ich gelesen habe, er ist das Wikipedia dieser Welt. Das fand ich ganz lustig. Also deswegen muss er umgebracht werden, aber da war ja oft schon so ein bisschen die Hoffnung dahinter, dass da irgendwie eine Verbindung zwischen Bran und dem Night King es gibt. Vor allem war Bran ja zwischendrin mal mit dem Raben eine Tour gemacht, weil ihm langweilig war. Man hat sich gefragt, hä, was hat das jetzt zu bedeuten? Genau, war ihm nur ein bisschen langweilig. Am Ende war das alles im Plan. Aber dann stehen die sich halt einfach nur lang gegenüber und dann... Bran und der Night King haben das alles ausgeheckt zusammen? Nee, das kann natürlich sein, dass dann noch der große Twist kommt, aber von der Inszenierung her wirkte das alles sehr, sehr endgültig. Und es gab halt wirklich viele Momente, wo wir uns auch beim Gucken so dachten, äh, auch egal. Warum ist das gerade egal? Ja, aber je mehr es passiert ist, desto mehr haben wir so gesagt, äh, so jetzt ist es ein bisschen blöd. Also ich glaube, der Punkt, wo so wirklich auch ich beim Gucken der Folge dachte, okay, das ist gerade zu viel, ist halt die Horrorsequenz, wo es einfach zu Walking Dead führt. Ja, wo es still wird. Ganz genau. Du hast die größte Schlacht, also angeblich, die größte Schlacht, die je auf der Welt passierte und dann cutten sie einfach von dieser Schlacht in Winterfell rein, wo gerade diese Schlacht passiert und da ist einfach komplette Stille und das ist so eine fünf bis zehnminütige Szene, wo Arya, also Zombies ausweicht, wie halt in Walking Dead. Und da laufen die Zombies auch dann langsam rum und schlurfen wie die klassischen Zombies, während die draußen wie die World War Z-Zombies die ganze Zeit sprinten und überaktiv sind. Und das wirkt halt sehr, wir haben die Idee für eine Szene und die ist cool. Also packen wir die da jetzt rein. Also packen wir die mal da rein, genau. Aber es hat halt, also diese Folge von Game of Thrones hat halt leider überhaupt gar nichts mehr, also nichts mehr mit dem zu tun, wofür Game of Thrones mal ausgezeichnet wurde. Oder was die Serie mal ausgezeichnet hat. Nichts von diesem, von dieser Realness, von der Echtheit ist davon übrig, sondern das war, das hätte auch in Herr der Ringe so passieren können, was hier passiert. Aber so geht es mir tatsächlich schon seit einer Weile in Game of Thrones. Genau das ist die Sache. So geht es mir auch. Also die siebte Staffel war auch voll von diesen Momenten. Also diese ganze, wir touren ins Eisland, um da einen Zombie zu holen. Mit einem Drachen. Das ist so dumm. Und da stirbt dann ja auch John eigentlich fünfmal und stirbt dann halt nicht. weil der eine Plot-Armor hat. Ich habe mich damit abgefunden mittlerweile. Aber bei vielen Leuten war es halt so, dass sie gesagt haben, das ist doof, aber du hast ja diesen Kern, also dieses gesamte Universum baut auf dieser Bedrohung auf. Und solange das du noch als Säule hast, passt das. Und da glauben wir dran. Und dass diese Säule halt so sehr unzeremoniell dann nach einer Folge weggeschnipst wird, hat dann bei vielen so sehr viel Unmut gesorgt. Ich glaube, das verstehe ich auch, wollte ich nur sagen. Also ich kann das auch total verstehen und so geht es mir auch so ein bisschen. Ich glaube, es wäre mit ein bisschen mehr Konsequenzen, hätte es mehr Wirkung gehabt. Auf jeden Fall. Wenn nicht nur Nebencharaktere gestorben sind, die keiner mehr so richtig gerne hatte. Die ihren Ark vollführt haben. Ja, ja, genau. Die sind so, euer Zweck ist erfüllt und das ist halt der Unterschied. Du erwartest, dass diese Leute dann irgendwie mal draufgehen. Und es gibt aber auch diverse Leute, bei denen du es nicht erwarten würdest. Und dann gibt es halt die Szene in der Krypta, wo sich Sansa und Tyrion gegenseitig anschauen und es ist so voll der Abschiedsmoment und du denkst so, okay, jetzt geht es ab. Und da passiert hier nichts. Da ist ja nichts passiert. Sie wollen sich halt die Emotionen erkaufen, die sie vorher auch haben, aber die Konsequenzen da nicht. Richtig, und die Konsequenzen nicht ziehen. Und das ist halt ein bisschen billig. Ja. Und da kann man sich sehr zu Recht drüber ärgern, aus einer Story-Schreiber-Perspektive, weil das ist einfach nicht gut. Das Ding ist, Spaß gemacht hat es trotzdem. Ich bin sehr gespannt, wo es als nächstes hingeht. Ich frage mich, ob es noch so Nachwehen davon geben wird, so nach dem Motto, aha, ihr glaubt, dass es alles besiegt, aber doch nicht. Aber für so smart halte ich Game of Thrones einfach nicht. Nee, ich auch nicht. Ich glaube einfach, dass das jetzt vorbei ist. Jetzt gibt es den Lannister-Kampf. Genau. Und dann gibt es halt diesen wehrenden Konflikt zwischen Daenerys und allen anderen, weil ja Dany so ein bisschen zu einer nicht so tollen Herrscherin scheinbar gemacht werden soll. Ja, mal gucken. Genau, also ich, das hatte ich auch vor der Stadt tatsächlich gesagt. Ich habe halt gesagt, ich glaube nicht, dass hier viele Leute sterben. Das war ja, das ist ja nur eine Konsequenz daraus, dass ich halt das Vertrauen in Game of Thrones eben nicht mehr habe. Daryon gestorben oder Arya oder Sansa oder Tyrion. Ja. Oder alle. Auch da wäre halt für mich durchaus wichtig, wie sie sterben. Weil, also wenn wir uns angucken, wie Theon gestorben ist, das wäre niemals passiert in dieser Form in früheren Game of Thrones, dass halt der einen Charakter sagt, damit es jeder versteht, you're a good man, Theon. Ich hatte mir teilweise mal einen Podcast von Wolf und Kim angeguckt, Sexy Cripples, die machen immer so einen sehr ausführlichen Rückblick zu Game of Thrones und die haben halt das Argument gebracht, so, nee, war er nicht. So, nee, also, er hat dann versucht, Redemption zu kriegen, aber, auch was hatten sie als Beispiel genannt, dass halt so, Lee-Hurie-Oswald muss damit leben können, dass er ein bisschen darüber definiert wird, dass er mal einen Präsidenten erschossen hat. Er kann zwar sagen, dass ihn das nicht definiert, als Menschen, aber manchmal machst du einzelne Sachen in deinem Leben, die schon so krass sind, dass sie dich ein bisschen definieren. Das heißt jetzt nicht, dass du deswegen ein Monster bist, aber du bist vielleicht auch kein objektiv guter Mensch deswegen und ich finde, das passt bei Theon sehr gut, ne, also, der hat Kinder umgebracht und verbrannt und so. Naja, vor allem, weil er durch diese Aussagen von Bran die ganze Zeit diese Message mitschwingt so, hey, Bran, ich hab das und das gemacht und dann, ja, was hat dich zu diesem Moment hier geführt? Das finde ich okay, ehrlich gesagt. Du bist da, wo du sein sollst. Das wirkt für mich einfach so, das passt zu diesem kalten Wesen, das Bran ist, weil er ja nur dieser, er interessiert sich ja nicht für Emotionen, aber genau das passt, deswegen passt dieses You're a good man nicht, weil das ist ja einfach nur emotionales, ich will dir ein gutes Gefühl geben, dass du jetzt in den Tod rennen kannst, was gar nicht zu diesem kalten Objekt passt, das eigentlich Bran ist, ja, und dann schwillt halt die Musik und es ist Zeitlupe und wenn du das vergleichst mit den Toden von, ja, vor allen Dingen von Ned Stark natürlich, wo einfach du einen Charakter-Ark hast und der wird einfach unterbrochen. Abgebrochen, ja. Der wird einfach unterbrochen, weil du damit nicht rechnest und hier wird jeder abgeschlossene Charakter-Ark zelebriert und dann wird dem Zuschauer gesagt, guck mal, jetzt kann er sterben und dann stirbt er. Deswegen finde ich halt auch, dass die Inszenierung bei den Toden durchaus relevant dann halt ist, ja. Ja, es ist ein bisschen, also ich finde es auch schade, dass Game of Thrones jetzt das ist, ich hätte mich mehr gefreut, wenn es immer noch das wäre, wo es früher wäre, aber es ist jetzt keine Überraschung für uns, wir wussten es schon vorher, ich bin mit der Erwartung drangegangen, deswegen, ich bin traurig für alle Game of Thrones Fans, die noch dieses Vertrauen hatten und die jetzt so richtig, richtig traurig deswegen sind, das finde ich echt, das tut mir leid, da habe ich ein bisschen Mitleid, aber ich gucke das jetzt auch weiter, genau wie vorher und freue mich über die letzten drei Folgen. Ja, ich bin auch nach wie vor ein bisschen gespannt drauf, weil selbst wenn es jetzt in so eine Richtung geht, wo man sich dann eher ein bisschen auch so drüber lustig macht und so mit beschämend hinlächelt, auch das kann halt Spaß machen. Sure, genau. Und ich habe nach wie vor Spaß an der schauspielerischen Leistung, vieler der Charaktere, die dargestellt werden, weil Casting oder Kostümdesign, da hatten wir zum Beispiel Freude dran. Wirklich? Und dieser Staffel war Sanzas Outfit. Perfekt. Sanzas sieht so gut aus, das ist so toll, ich habe immer so ein bisschen Final Fantasy, aber nicht weit genug, also nicht so schlimm, dass es Final Fantasy wäre. Genau, trotz geerdetes Final Fantasy. Genau, ich finde es super geil. Weil es gibt halt mehr Elemente als nur den Plot, das man genießen kann. Ganz genau, ganz wichtig, ja. So ein Produkt. Ja, ja. Okay, dann soll es was gewesen sein zu Game of Thrones. Wir werden dann wahrscheinlich nochmal drüber reden, wenn die Staffel vorbei ist. Genau. Weil jetzt, was wir halt nicht machen wollten, zu jeder Folge was machen, sondern eher dann jetzt. Nee, weil dann bist du ja wirklich bei so einem Recap, wo du alles, alles, was da passiert ist. Ja, genau, das machen andere Leute besser als wir, das brauchen wir nicht. Gut, dann soll es das gewesen sein und wir sind auch am Ende dieses Podcasts angelangt, weil Formel 1 ist ja nächste Woche, ne? Ja. Genau, ihr könnt bei uns in der Community mitmachen, im Forum und da findet ihr auch einen Link zum Discord, auf dem Discord ist nämlich ein bisschen mehr los als im Forum. Da könnt ihr euch dort anmelden und der Hooked Community beitreten, würden wir uns sehr drüber freuen. Wir würden uns ebenfalls freuen, wenn ihr uns unterstützt, auf patreon.com slash hooked und steadyhq.de slash hooked. Da könnt ihr uns mit einem monatlichen Beitrag finanziell unterstützen. Ab 5 Euro beziehungsweise Dollar erhaltet ihr nämlich schon Zugriff auf alle exklusiven Inhalte. Zuletzt erschien von mir zum Beispiel ein Late to the Party zu Super Mario RPG, was ein wahnsinnig sympathisches Spiel ist. Das könnt ihr euch da anschauen. Und am Wochenende erschien ein Hooked on Topic Podcast, den wir beide mit Leo zusammen aufgenommen haben. Und da reden wir über unsere Spiele des Jahres 2003. Und das hat auch sehr viel Spaß gemacht, weil, mein Gott, 2003 war ein richtig gutes Spiel. Oh ja, Ubisoft Galore bei mir. Ja, richtig. Und ab 25 Dollar beziehungsweise Euro werdet ihr zum Podcast Produzenten und werdet namentlich hier im Podcast erwähnt. Wir bedanken uns jetzt nämlich bei den folgenden Podcast Produzenten. Hassan Zahn, Michael Noritz-Wolf, Andi Radi, Jan Lippert, Christopher Dietrich, Geribor grüßt alle, Don Stylo, Michael, Grünkohl Wiesel, Tommy 88088, Apu 42, Maggi Power, Formelhookt-Fan, Nummer 1 überholt, Raun, Gustian, Rocket Rüpel, Numemon digitiert zu, Sebastian Diehl, das ist mir sehr unangenehm, was hier gerade passiert. Die Epic Snowwolf, Markus Ottensmann, Hauke Braav, McLovin008, Ditto, Lisa Willig, Dagoon, Zombie und Wintercracker und Autaku, Lennart Struck, Oliver Zierfass, Christian Hühndorf, Julia Marinitsch und zu guter Letzt Simon Dupitschai. Vielen Dank an alle Podcast Produzenten. Ich fühle mich gerade, als ob du irgendwie Telefonsex hast. Ich weiß nicht, wie ob ich davon überzeugt bin, was hier gerade passiert ist. Das Schöne ist, ich höre mich ja die ganze Zeit selbst dabei, weil ich komme immer auf, aber das ist auch sehr interessant, die Erfahrung. Das soll es gewesen sein mit diesem Podcast. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Tschüss. Bis dahin. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.